Ich muss mich auch ausruhen, ich hab ganz Verletzungen. Willst du gleich? Sollen wir schon starten? Ja, sag einfach Bescheid, du. Okay, warte. 3, 2, 1. Ja, hallo Dizzy, meine Aufnahme läuft. Möchtest du das Intro sprechen? Möchtest du das Intro sprechen? Hallo Alex, bin ich in dem Squadstream schon drin oder hab ich das auch verkackt? Nee, da sind wir schon drin. Ich hab mich gewundert, ich dachte so, hä, ist das noch von letzter Woche drin? Das kann doch gar nicht sein. Ah, nee, mein aufmerksamer Mod, der bei mir auf dem Sessel sitzt wie Krösus mit der Katze auf dem Schoß, der hat das wahrscheinlich schon gemacht. Oder ein anderer Mod. Das kann auch sein. Ja, hi, was geht ihr da draußen, ihr süßen Menschen? Das ist die Vorweihnachtsfolge Hardcast. In anderen Podcast hab ich gehört, gibt's so eine Weihnachtsepisoden-Ding jeden Tag, aber sowas machen wir ja nicht. Weil wir sind nicht so sensationsgeil und unterhalten uns über andere Dinge, die für uns beide nicht relevant sind. Wir reden hier nur von Hardware. Dem geilen Scheiß. Also oft über Hardware, manchmal auch über andere Dinge, die in unserem Twitch-Universum passieren. Das stimmt. Alex, du siehst übrigens heute verblüffend gut aus. Ich hab auch mal ein paar Stunden geschlafen in der Nacht. Also du siehst wirklich bester Stand Hardcast, seitdem wir Hardcast machen heute. Dankeschön. Also wirklich auf der sexiest Skala vielleicht eine 10. Ich muss das Kompliment zurückgeben. Ich hab dich heute gesehen, du warst, glaube ich, relativ frisch beim Friseur. Kann das sein? Ja. Sieht gut aus. Danke. Sieht wirklich schick aus. Aber ich hab mich heute auch extra noch nicht hübsch gemacht. Ich bin gerade erst aus der Dusche rausgetoren. Ach so. Ja. Verstehe. Ich sah heute aus wie Lumpi. Ich hab heute auch Mittagsschlaf gemacht. Bin einfach mal dezent auf den Couch eingekracht um 12. Muss man sich mal gönnen, ne? Ja, ich hab mir auch gedacht. Aber ich war auch, ich war fleißig heute. Ich hab Waffeln gebacken. Ich hab Eiersalat gemacht. Schmorkohl hab ich auch noch gemacht. Bisschen aufgeräumt, Müll rausgebracht. So, was man so macht, ne? Steht mir noch ein bisschen bevor. Ich hab noch ein bisschen, ja so Pappscheiß, den ich noch wegräumen muss. Und nein, es sind keine Originalverpackungen von Geräten. Es ist einfach nur Pappscheiß. Es hat sich doch ein bisschen mehr angesammelt, als ich dachte. Ja, bei mir auch. Aber es flatterten so viele Weihnachtsgeschenke rein. Ein sehr guter Freund von mir. Das muss ich gerade kurz mal sagen. Der hat mir, ähm, der hat mir irgendeine, ich glaub, Proteinriegel hat er mir geschickt. Und die sind mit Insekten. Würde ich gerne ausprobieren. Hab ich schon mal von gehört. Ich weiß nicht, ob es diese Marke war, aber ja. Ist glutenfrei und so. Also hohe Proteine und sowas. Und hier wurde keine, kein Wasser und sowas. Also ist richtig krass. Und da sind Insekten drin. Und ich hab das gestern aus... Also ich wusste nicht, von wem das kommt. Also ich muss das hier kurz mal... Ja, klar. Ja, Mietzi, sorry. Ich wusste nicht, von wem das kommt. Und ich denk mir, pack das gestern aus. Ich denk mir so, warte mal, wer schickt mir denn sowas? Hör mal. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, was ich davon heilen soll. Ich konnte mich noch nicht durchringen, die zu essen. Echt nicht? Nee. Hast du schon mal Insekten gegessen? Nee. Also ich könnte das eigentlich live on stream probieren jetzt. Mhm. Wie war das, wenn man sich in einem Stream übergibt, dass man dann quasi ein Band kassiert? Macht man das, ja? Ich weiß nicht, ich probiere das jetzt einfach, okay? Weil mein Kumpel hat gestern extra, hat sich die Mühe gemacht, hat das rausgesucht. Ich probiere das jetzt mal. Dankeschön an der Stelle am Pille-Palle. Proteinbar, also. Ich hab heute so viel Eiersalat gegessen, Meier. Okay, es riecht nach Lebkuchen irgendwie. Boah, das ist ja richtig weird. Der, der ist das jetzt, äh... Boah, also... Puh. Also Dizzy hat gerade abgebissen für die reinen Podcast-Hörer gerade. Und das Gesicht sagt gerade so, ja, mhm, okay. Jetzt das zweite Mal abgebissen, nachgebissen, ja, mhm. Und jetzt wird er wahrscheinlich gleich sagen, boah, also, wenn er mir nichts gesagt hätte, das hätte ich nicht gemerkt, dass es aus Insekten ist. Hm. Komisch. Bist du, wenn du ein Snickers essen würdest, bist du da eher so der, alles was geht, rein in den Mund esser, oder? Ja? Ich merke man gar nicht. Hör auf. Also ich hab schon mal Insekten gegessen. Ich fülle mal eben kurz diese Leere, ne? Ist es schon ein bisschen her? Ach, stimmt gar nicht. Schon öfter gegessen. Einmal hab ich zum Beispiel in Köln, während der Gamescom-Zeit, da sind wir irgendwie mal essen gegangen und dann sind wir bei einem so einem Laden gelandet, die das auch so als Starter hatten, hatten die so verschiedene Sachen, ne? Irgendwie, keine Ahnung, so Mehlwürmer-Patties und diese Grillen natürlich, Heuschrecken, sowas, ne? Die dann geröstet sind. Und das schmeckt halt einfach nur nussig, so. Und eigentlich übertüncht man dann den reinen, in Anführungszeichen, Insekten-Geschmack mit irgendwie ein paar Soßen, die man so dabei hat. In deinem Fall wird's wahrscheinlich, ich schätze mal, ähm, sehr, ein bisschen pappiger schmecken. So ein bisschen wie Styropor würde ich schätzen. Und, äh, je nachdem, was da drumrum ist, wirst du wahrscheinlich mehr so das Gefühl haben, du hast ein, äh, nee, dein Gesicht spricht grad Bände. Ey, es ist so trocken. Junge, es schmeckt ein bisschen nach Lebkuchen. Also so ganz leicht nach Lebkuchen schmeckt's. Aber, boah, ja, kann man machen. Kann man machen. Ist jetzt nicht mein Fan-Favorite, aber ich finde, man schmeckt das nicht raus. Also es schmeckt nicht schlecht. Ich find's einfach nur trocken. Trocken so wie, wie so Reiswaffeln? Nee, noch trockener. Also echt trocken. Aber ist nicht schlecht. Ist okay. Ist wirklich okay. Ich wollte, ich wollte mal so, so Burger-Patties, äh, nochmal haben, die so aus so, aus so, äh, Insekten sind, aber die hab ich hier bei mir nirgendwo bekommen. Und dann hab ich, ehrlich gesagt, den, äh, das hab ich, hab ich einfach vergessen. Also irgendwann, irgendwann hab ich dann gesagt, so, ach ja gut, kriegst ja eh nicht. Und dann hab ich nicht weiter nachgeschaut. Ja, äh, also wenn ich Durchfall hab morgen, ich hab ja eh frei. Also von daher geht's. Der Magen muss sich vielleicht dran gewöhnen. Schmeckt wie Lebkuchen. Also schlecht schmeckt's jetzt nicht, aber es ist halt wirklich mega trocken. Das ist halt so, als wenn du Mund-Gibs-Fertig machst. Mhm. Ja. Tolle Erfahrung. Dankeschön, äh, Svenny. Also Pille-Palle. Nice. Ja. Gut, dann haben wir, dann haben wir das ja schon aus dem Weg geschafft. Wie geht's denn dir? Er ist, äh, Programmpunkt abgehakt. Ah. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich möchte mich auch gar nicht beklagen. Alles cool. So, so, so Hardware-technisch ist eigentlich bei mir auch letzte Woche nicht so viel passiert. Außer, dass hier vorne gestern noch so ein Paket von Herrn Elgato kam. Und da ist so ein Leuchtlogo drin gewesen. Äh, aber ich hab hier vorne an dem Tisch keinen, äh, USB-Strom. Außer, wenn ich den Computer einschalte. Ja. Äh, das, das muss ich nochmal gescheit legen oder irgendwie anders aufhängen. Und da hab ich gedacht, als ich das, das Logo gestern anhatte, weil das ja so unfassbar hell ist, ne, das hat so einen, so einen richtig krassen, äh, Blauton. Ob ich das nicht nehme, um mich hier von der Seite mit Blau zu beleuchten. Ja, macht doch, ist doch gut. Ja? War, war so die Idee. Muss ich mal gucken. Macht doch, ist doch eine gute Idee. Also. Besten. Ja. Bei mir ist Hardware-technisch einiges passiert, Alex. Ich weiß, dass du einen, also, vielleicht hat einer von uns beiden einen Racing-Rick komplett umgebaut. Ja. Hat nur ungefähr 15 Stunden da dran gesessen, zu zweit. Ja. Naja, ja, 15 Stunden haben wir gestern dran gesessen, ja. Ist wild geworden. Ich hab noch ein Bildschirm mehr. Ich hab da drüben jetzt sechs dran. Vielleicht hab ich, äh, vielleicht hab ich deine Insta-Story gesehen oder auf Twitter hab ich's auch gesehen. Ja. Sieht schon beeindruckend aus, ne? Vor allem, also, auf den Bildern sieht's sehr clean aus. Also, wirklich sehr clean. Es ist auch sehr clean für die Menge an Kabeln, muss ich sagen. Es ist wirklich sehr clean geworden. Was hast du denn gemacht? Naja, die, also, ich sag's mal, die saisonelle Wartung, also, das ist wirklich einmal komplett auseinandergekloppt und, ähm, alles mal ein bisschen sauber gemacht. Die, äh, die, äh, die drei Katzen, die da drunter waren, weggemacht. Äh, die Strippen alle neu gezogen. Strom neu verlegt. Die ganzen USB-Hubs neu verlegt. Mein Rechner hat noch ein paar, äh, Lüfter gekriegt jetzt, weil, äh, es ist ja, naja, der stand halt vorher da und konnte nicht wirklich atmen. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Jetzt hat er noch mal zwei neue Lüfter, ne, drei neue Lüfter hat er noch gekriegt, dass da ein bisschen mehr los ist. Ich hab noch ein bisschen mehr Lichter rangebaut, weil mir das zu wenig war. Ich hab noch einen Bildschirm mehr angebaut. Ich hab meinen Raspberry Pi, den ich mir gekauft hab, von dem wir gesprochen haben, hab ich endlich in Verwendung. Mhm. Äh, ich hatte ja eine ganze Zeit lang immer so ein, äh, so ein Tablet hier hängen, also mein, äh, mein, mein iPad, um da, also, es gibt halt beim Android-Lifetimings nennt sich das. Da kannst du dann sehen, wie schnell der vor dir fährt, wie weit der weg ist, wann der in der Box war und so weiter und so fort. Ja, und dafür hab ich jetzt den Pi benutzt und, äh, da hat der gute Coseba, ähm, hat mir eine Möglichkeit zuspielt, wie ich Chromium, ich glaub Chromium heißt das bei, bei, bei Dings hier, bei, bei Linux, äh, dass das im Vollbild startet. Und jetzt hab ich auf einem Bildschirm hängt ein, ein Pi dran, wenn ich den anmache, fährt der hoch und der macht genau das dann an. Und dann hab ich noch ne Maus liegen, dann kann ich das steuern und so, aber ansonsten hat das Ding sonst keine Funktion, weil es lag halt leider nur rum und, äh, das erschien mir doch sehr sinnvoll. Und den anderen Bildschirm, der ja nicht kaputt war, wie sich herausstellte, äh, der hängt jetzt da an der Wand hochkant dran, da ist jetzt auch noch ein bisschen was dran. Was, äh, bedeutet denn, es stellte sich heraus, dass der Monitor doch nicht kaputt war? Ja, der andere flackert auch, also es muss, äh, irgendwas anderes sein. Aber das macht er jetzt gerade aktuell nicht mehr, also ich glaub vielleicht hat Windows das irgendwie behoben gekriegt oder so. Aber ist auch nicht weiter schlimm, ich erzähl dir gleich, warum ich endlich von, äh, also das wird auch wirklich so bald wie möglich passieren, ich von AMD-Grafikkarten weggehe. Ich erzähl dir gleich mal von meinem Desaster. Äh, dann hab ich noch eine weitere Kamera angebaut, gestern. Äh, ich hab jetzt am Racing Rig drei dranne, mittlerweile. Ich seh auf dem, äh, auf dem Bild, das ich gerade vor mir hab, das du auf Twitter gepostet hast, ich seh zwei Cams, eine über dem Kopf und eine rechts von dir. Ja, genau, und vor mir hängt ja auch noch eine. Die große. Achso, ja gut, vielleicht sollten wir das Bild mal anmachen, dass Menschen sich das vorstellen können. Du bist ein richtiger Fuchs. Ich hab's in meinem Stream geteilt, äh, ich hab mir das, ich mach's jetzt mal. Jetzt hier nicht einmal auf, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab auf meinem Bildschirm, auf meinem Monitor gerade ein bisschen Chaos, deshalb mach ich das besser heute mal nicht. Ja, ich mach das fix mal an hier. Ja, so. Ich soll dich übrigens fragen, ob du zufrieden bist mit dem Umstieg von Fanatic auf, äh, Simo Cube. Ja, sehr. Äh, war die beste Entscheidung, EU West. Ja. Also ich hab, oh, übrigens, noch ein Ding, Alex, pass auf. Also gestern war wirklich Mysterious, äh, Mysterious Monday. Nee, was war denn gestern? Dienstag. Dienstag. Dienstag war gestern, ja. Streamer-Ding. Kannst du, kannst du dich noch erinnern, als ich dir von meinem Objektiv erzählt hab, was nicht mehr vernünftig funktioniert hat? Ja, aber kurze Zwischenfrage, oder das dürfen wir nicht vergessen. Letzte Woche war das größte Problem, das 1300 Euro Quietsche-Lenkrad. Ach so, ja, das 1300 Euro Quietsche-Lenkrad, aha. Ja, oh Mensch, ich hab viel zu erzählen heute, merke ich gerade. Also das 1300 Euro Quietsche-Lenkrad hat jetzt einen eigenen Hub, also wirklich einen eigenen USB-Hub, einen aktiven Dreier mit sieben Ports, wovon nur einer in Benutzung ist für das Lenkrad. Mhm, und das funktioniert? Das funktioniert jetzt, also der Display flackert nicht mehr. Mhm. Das geht. Okay, und ich hab mir dieses wunderschöne Lithium-Gries, nennt sich das hier, das ist Schmiere, ich hab rausgefunden, wo das Quietschen herkommt, und zwar ist an dem Lenkrad, geht so ein Stift nach vorne, wo das Pedal dran ist, was du denn so zurückziehst. Und dieser, äh, dieser Stift, nenne ich das jetzt mal, der wird von außen quasi gehalten von zwei Blechen. Oder, äh, also ein Aluminium. Dieser Stift da drinnen reibt an den Dingern an der Seite dran. Das verursacht dann dieses Hamsterkrieg-Gemäusch. Ja, genau, und, äh, das Ding ist halt, wenn du, also, da ich ja meine modifiziert habe, äh, meine modifiziert habe, meine, äh, Dinger, dass die nicht so laut sind, weil da ja Magneten dran sind, nimmt der Magnet hat nicht mehr so viel Kraft, um dieses Quietschen zu, äh, zu, wie soll ich sagen, zu verstecken. Also, wenn das nicht dran ist, quietscht es nicht. Wenn du es ranmachst, quietscht es, weil der Magnet nicht genug Zugkraft hat, um diese Reibung quasi geringer zu machen. Ja, ich hab das Ding dann von oben bis unten quasi, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, eingegriesst und dann ging's ja. Finde ich mega scheiße, immer noch, äh, geht auch ne, äh, immer noch ne E-Mail raus, weil ich das unter alles, äh, Schublade, äh, finde. Ähm, das ist aber auch nicht zum ersten Mal aufgetreten. Und leider gibt's in diesem Preissegment kein, äh, kein Lenkrad für mich, was für mich passen würde. Und deswegen, ja, hab ich das jetzt gefixt. Widerwillen. Mir wurde sehr viel in mein Gewissen geredet und, äh, naja, ich hab's dann doch gefixt. Naja, lange Rede kurzer Sinn, nachdem der Pi dann gestern fertig war, äh, hab ich überlegt, ob man nicht vielleicht noch so, so, man war ja schon dabei, ob man noch so ein paar Goodies einbaut. Also, quasi noch den, den Stream vom Production Value ein bisschen anhebt. Und dann hab ich überlegt, ob man sich vielleicht ne Lenkradcam macht, damit Leute sehen können, wie man lenkt und sowas. Das ist halt gar nicht so uncool. Und dann hab ich gestern, äh, mit dieser wunderschönen Apparatur, äh, rumgefummelt. Die Elgato Facecam, musste leider feststellen, dass sie natürlich aufgrund des kleinen Sensors bei Low Light nicht so der Burner ist. Hab die Idee dann gleich wieder verworfen, war nicht so geil, war mir zu viel gekrisselt. Ich hab ja, ich bin ja, muss ja sagen, ich bin ja ein Krissel, äh, könnte man schon Nazi sagen. Ne, ich bin schon ein Krissel-Nazi, wenn Sachen anfangen zu krisseln, müssen sie weg. Dazu kann man vielleicht auch sagen, wenn du als Streamer schon länger dabei bist und irgendwie so ziemlich jeder fing mit so einer Logitech 1029 an, dann ist dieses krisselige Bild aber auch etwas, was dir sofort ins Gesicht springt und du denkst dir, nein, das, nein, nein. Ne, das geht nicht. Nein. Ja. Ja, ähm, ich hab dann, äh, ich hab dann gestern auch überlegt, ob ich noch ne Kamera rumliegen hatte. Und ich hatte in der Tat noch ne Sony rumliegen, die von meinem IRL-Rucksack. Ähm, hab die dann da rauf gemacht, fand ich dann auch nicht so schön und dann, äh, ja, hab ich jetzt hier vorne, die an der Seite, meine große, äh, von oben, also die über meinem Kopf war, hab ich jetzt auf das Lenkrad gemacht. Und, äh, die andere hab ich oben drüber und jetzt kannst du, wenn du ultraweit quasi über meinen Kopf guckst, hast du sozusagen fast die Perspektive von dem Bild von Twitter. Und das sieht schon ein bisschen sexy aus. Also du siehst halt, so die ganze Unterbodenbeleuchtung, das Lenkrad und alles, sieht schon schön aus. Also, kurze Frage, diese Kamera, die man von oben sieht, die weiße, ist das, ist das, welche ist das? Äh, die Sony FDX-1000. Ja, diese X3000 da. Ja, genau. Alles klar. Ach so, du hast dafür dieses, ähm, rechteckige, ähm, ich möchte nicht, dass die Linse verkratzt draußen im Objektiv, ne? Ja, genau. Richtig, genau. Ja, deshalb kam mir das so komisch, weil die sieht so eckig aus. Ja, das hab ich nie runtergenommen, weil ich hab, alle meine Linsen haben Schutz vorne dran, damit man nicht direkt auf das Glas rauf kann. Mhm. Ja. Und da ich weiß, wie IRL-Kameras behandelt werden, naja, ist da halt noch Schutz drauf. Klar, klar, klar. Ja. Sieht sehr schick aus, wirklich. Sieht sehr schick aus. Ja, im Zuge dessen hab ich gestern, äh, meine Mods können jetzt meine Szenen steuern. Ja. Nachdem du mir das ja auch schon ein, zwei Mal, äh, zugetragen hast, hab ich gestern für meine Mods die Möglichkeit eingerichtet, dass sie Kameras ändern können. Okay. Ja. Das ist auch, äh, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Das heißt, äh, wenn da Wünsche bestehen, kann man diesen Wünschen nachgehen. Ja. Naja, und noch ganz viele andere Sachen mit Licht und Spielerei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, nächstes Jahr, äh, wird hundertprozentig umgebaut auf, äh, äh, nicht DBX. Wie heißt das denn noch schnell? DMX. Also die richtigen Lichter. Nicht DMX schon, ich glaube, DBX war richtig, aber ich kann mir das auch nicht merken. Also die nennen das einfach professionelle Lichtsteuerung. Genau, professionelle Lichtsteuerung geht nächstes Jahr in den Angriff, weil ich, also, ganz ehrlich, ich hab gestern bin fast verzweifelt. Ich glaube, meine Bridge hat mittlerweile zu viel zu tun und kann nicht alles auch nicht ansteuern. Naja. Nun gut, aber es ist erledigt. Ach so, das Objektiv, by the way. Ja, genau. Das eventuell kaputt gewesen. Ja, witzigerweise, äh, Alex, bin ich gestern, äh, hab ich da ein 50 Millimeter draufgeschraubt, was ich noch liegen hatte zum Fotografieren. Weil ich wollte nicht mal ein ganz Großes darauf machen, weil ich glaube, das kann der Kameraarm nicht halten. Das ist nur so ein relativ kleiner, sag ich mal. Der ist schon sehr robust und stabil, aber ich wollte halt nicht so viel Gewicht darauf packen. Und dann hab ich ja so ein 20 Millimeter Samyang gehabt und das war, äh, es war zu weit und von der Qualität her nicht gut genug. Und dann hab ich mir gedacht, ach scheiße, probier mal das 24 Millimeter Sony aus, weil das hab ich nie weggeschmissen, sondern hab's behalten. Hab's draufgeschnallt, funktioniert einwandfrei. Also es ist wieder in der Phase drin, wo es wieder funktioniert. Drück die Daumen, dass es auch so bleibt, jo. Ganz ehrlich. Ja, äh, jetzt hab ich, naja, jetzt hab ich mir das andere Objektiv dieses Jahr umsonst gekauft. Hm. Na gut. Aber das andere Objektiv benutzt du dann doch später wieder zum Fotografieren, oder? Äh, ich benutze beide eigentlich. Also es ist beides dasselbe. Es ist 24 Millimeter 1.4. Mhm. Mhm. Nur das ist halt bei, äh, auf dem, also auf der 6000er ist es ja ein 35 Millimeter Äquivalent, weil es ist ja nur Micro Four Thirds und nicht Full Sensor, deswegen passt das da halt sehr gut. Und die Wheelcam ist schon ziemlich sexy, Alter, muss ich sagen. Also wenn, das ist schon gute Qualität, das kann man sich schon mal, ist schon Augenschmäusle. Ich, äh, wenn du das nächste Mal racest, schau ich mal rein. Dann kann ich ja deine Mods bitten, mir einmal die, äh, also uns einmal dann die, äh, die Wheelcam zu geben, ne? Aber da gibt's so viele, also es gibt gerade aktuell so viele Kamera, äh, äh, ähm, Konstellationen. Das ist, äh, APS-C, meine ich doch. AP, ja, APS-C. Ich nenn das immer nur Micro Four Thirds. Jetzt hör auf rumzumeckern. Da sind sie wieder, die, die Sony, äh, die Sony, äh, Menschen. Das heißt so nicht! Das ist nur bei der Lumix so, bei Panasonic. Das ist kein Micro Four Thirds. Das ist APS-C. Es ist gut, häufig, ich weiß. Entschuldigung. Mein, mein Fehler. Ich bin auch Sony jünger. Entschuldige bitte häufig. Hab mich lieb. Ähm, und jetzt kommen wir mal zu diesem anderen Desaster namens Grafikkarten, Jim. Ja bitte, auch. Also ich bin gestern, ich hab gestern das allererste Mal, war jemand live dabei, der, äh, feststellen konnte, warum ich diese Dinger mittlerweile, also es ist, ich glaube, Hass ist ein zu starkes Wort, aber ich kann die Dinger nicht, ich kann die wirklich nicht mehr haben. Es ist wirklich so ein Abfuck. Jetzt stell dir vor, ich hab den Rechner von einem Ende auf das andere gestellt und hab die Kabelalagen geschlossen, mach den Rechner an, gehen zwei Bildschirme. Mhm. So, aber nicht wie sie normal starten würden, mit erweitert, sondern auf beiden ist dasselbe. Sie sind einfach nur geklont. Ja. Mietzi, würdest du bitte aufhören, auf meiner Tastatur umzusetzen? Sie sind einfach nur geklont. So, dann denkst du dir so, hm, okay, startest du den Rechner neu, startest du den Rechner neu, beide nur geklont. Es waren vier Bildschirme angeschlossen. Mhm. Dann denk ich mir so, hm, vielleicht, äh, weil mir das vorher auch schon mal passiert ist, vielleicht war es dieses Affinity, um diesen, äh, einen großen Bildschirm zu machen, ne, das heißt Affinity, bei, äh, inwie heißt es ja Surround, kann ja vielleicht das sein, mach das an, geht der dritte an. Aber alle Bildschirme vertauscht. Schön. Ja. Als wenn die vom Betriebssystem neu gefunden werden und sagen so, oh, ich hab ja ein neues Gerät gefunden. Genau. Ja, das hängen wir mal da hinten dran, ne? Genau. So, dann hab ich die wieder sortiert, hab den Rechner neu gestartet, gehen wieder nur zwei Bildschirme. Hm, ich denk mir nix dabei, mach dann das Ganze nochmal, gehen wieder alle, hab dann rausgefunden, wie ich die Bildschirme tauschen kann. Mhm. Vierte Bildschirme geht gar nicht an. Nix, gar nicht. Selbe Kabel wie vorher, geht einfach nicht an. Den, den Dings getauscht, äh, den Monitor nochmal getauscht, nochmal woanders reingesteckt, geht nicht an. Keine Chance. Ging, ging nicht an. Denn nochmal probiert, neu gestartet, denn nochmal die, äh, es gibt so, äh, Tricks bei, bei Affinity, dann drückst du Windows P und dann kommt an der Seite ein Menü raus, wo du auf Erweitern drücken kannst und dann geht der vierte normalerweise wieder an. Ging, ging auch nicht. Ich hab wirklich gestern ohne Scheiß, ich hab 45 Minuten gebraucht, um vier Bildschirme anzukriegen. 45 Minuten. Aha. Weißt du, was der Gag an der ganzen Sache war? Ich hab also, ich hab, äh, weil der vierte Port bei denen ist USB-C. Und dann hab ich von USB-C auf HDMI, den vierten, den Office-Monitor, der läuft dann darüber. Dann hab ich den Adapter abgenommen und dann hab ich diesen benutzt hier. Das ist halt für mein MacBook ein Dongle. Mhm. Ich steck diesen Dongle an, geht instant der Bildschirm an. Dann denk ich mir so, hast du beim Abbauen den Dongle kaputt gemacht? Aber wie denn? Also, weil das sind wirklich, hier, robust. Also, ich hab wirklich nur ordentliche Metallgehäuse und so, kein, kein Scheiß. Steck den da ran, geht das. Und dann denk ich mir so, Maga, ich mach jetzt aber nicht mit einem Dongle mit USB-C und den ganzen, also mit so vielen Ports mach ich den Scheiß dann nicht. Nimm den anderen Dongle, den Dongle, der vorher nicht ging, steck den ran, geht der Bildschirm an. Ich hab ungelogen, 45 verfickte Minuten gebraucht, um vier Bildschirme zum Laufen zu kriegen. Es ist eine absolute Vollkatastrophe, was AMD mit ihren Treibern und ihren Grafikkarten macht. Also, so schnell wie es nur geht und ich eine Grafikkarte kriege und ich hab Cash-over-Tash, ist mir auch, ehrlich gesagt, schon fast egal, wie teuer die sind. Also, die kommt, die, also die eine, die kommt auf jeden Fall raus. Aus dem Racing-Rack. Das ist eine absolute Vollkatastrophe. Du kannst dir das nicht ausdenken. Also, du stellst den Rechner eigentlich noch nur auf eine andere Seite. Die Kabel sind dieselben. Alles ist eigentlich im Grunde genommen dasselbe. Und es geht nicht mehr. Und du hast nichts daran geändert. Geht einfach nicht mehr. Das ist immer der größte Spaß, wenn man dann Hardware rumschraubt, ne? Oder wenn man was verändert. Also, nicht mal was verändert, wenn man es nur umbaut. Aber weißt du, was der Gag ist? Zwischendurch war das Ding nicht mal mehr in der Lage, die Bildschirme mit 144 Hertz zu erkennen. Sie hatten alle nur 60. Weißt du, was geholfen hat? Alle Kabel rausziehen, alle Kabel neu wieder reinstecken. Ja, das alte, das geht ja schon seit dem Super Nintendo so, ne? Spiel läuft nicht, einmal rausnehmen, reinpusten, wieder reinstecken, läuft. Du kannst dir das wirklich nicht ausdenken. Also, es ist eine Katastrophe. Das hat wirklich, ohne Scheiße, 45 Minuten gedauert, den einfachsten Blödsinn und Tünniff, der von Haus aus bei Nvidia einfach tadellos funktioniert, der da einfach nicht funktioniert. Ich habe so keine Lust mehr auf diese Grafikkarten. Ich drücke dir so die Daumen, dass das klappt jetzt. Wenn du gewechselt hast auf die Karte, dass es dann mit Nvidia auch keine Probleme gibt. Weil wir haben ja schon öfter festgestellt, du bist ja quasi, was die Multimonitor-Anwendung angeht, in einem Bereich, der wahrscheinlich nur von einem super kleinen Bruchteil der User überhaupt genutzt wird. Ja, aber Bildschirme erkennen, Alex? Natürlich muss das funktionieren, klar, keine Frage. Ich bin da ganz bei dir. Würde mich auch super nerven. Ne. Also, bin ich raus. Also, das ist wirklich, ich bin an dem Punkt, wo ich wirklich sage, ich bereue den Wechsel. Und dann habe ich mir jetzt mal vor Zorn, habe ich mir so sehr in den Finger geschnitten, bis runter aufs E-Lenk. Ah, come on. Wie hast du das denn geschafft? Jetzt auch nicht in der Küche. Ja, warte. Ist schon ein bisschen zu, weil ich habe das dir die ganze Nacht zugepappt. Aber ich will jetzt nicht aufmachen, weil das sift. Direkt mal die Loks zu AMD schicken. Ja, könnt ihr gerne machen. Was soll ich machen? Wenn die Produkte nicht gut sind, sind sie leider nicht gut. Ich liebe die Prozessoren von AMD. Aber die Grafikkarten sind wirklich, es tut mir wirklich leid, aber da haben sie nichts Gutes gemacht. Das ist einfach, also entweder habe ich mal wieder ein Montagsmodell erwischt. Wie bei deinem restlichen Racing Rig? Wahrscheinlich habe ich einen Montagsmoment wieder Gerät erwischt. Oder es ist wirklich irgendwas mit dem Treiber. Aber da ich ja nicht der Einzige bin, könnt ihr das gerne zur AMD schicken. Wissen sie aber schon. Ist kein Problem. Mann. Mann, 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 ey. Irgendwas ist ja immer... Es muss immer irgendwas sein, ja. Aber es hat lange gedauert. Sehr lange. Deswegen dauerte das auch 15 Stunden. Weißt du, was das für ein logistischer Clusterfuck ist? Kabel da dran zu verlegen, ohne dass die aussehen wie scheiße? Ey, ich habe gestern... Es gibt so 3D-gedruckte Halterungen, die kannst du halt in die Nut reinschieben. So, dass du die halt so durchführen kannst. Okay, ich habe es heute mit gestikulieren. Da sind so viele von diesen Dingern dran mittlerweile, ne? Das kannst du dir nicht vorstellen. Also da geht irgendwie in jeder... Wie so ein Kabelkanal, ja. Ja, in jeder Nut geht irgendwo, geht ein Kabel durch, so. In jeder Nut. Und Steckdosen. Ey, du sitzt halt davor, denkst du so, vorher hast du... Ich weiß gar nicht, vorher hatte ich zwei Sechser. Und in allem war noch ein Adapter drin. Und dann denkst du so, ja, so viele brauchst du ja eigentlich gar nicht. Und dann denkst du ja schon so, na, wie baust du denn das jetzt, dass das so passt? Ja, kannst du ja hier machen. Dann kannst du die eine Steckdose noch da reinstecken. Und dann fällt dir irgendwann auf, wenn du nur die Bildschirme reingesteckt hast, ne? Dass fast eine Sechser voll ist, weil fünf Bildschirme sind halt... Eine Fünferdose ist halt schon voll. Und dann sitzt du davor und denkst so, fuck, was ist jetzt... Oh, nee. Aber ich hab mir was sehr Schönes geholt. Ich hab mir so einen Steckdosen-Tower mit zwölf Buchsen geholt. Die gehen so rundherum. Und jetzt ist alles vernünftig verbaut. Bin schön. Diese Tower, die man so hochkant auf den Tisch stellt, wo dann auch teilweise USB-Anschlüsse dran sind. Genau, da sind auch welche dran. Ja, die find ich total super, ne? Also ich hab selber keinen hier, aber ich kenn jemanden, da haben wir das in die Küche gestellt. Das ist super praktisch. Vor allen Dingen, es sieht auch noch gescheit aus dabei, ne? Ich mein, so mehr Versteckdosen sehen immer irgendwie ein bisschen scheiße aus, ne? Und, naja, ist egal. Aber schönes Ding. Aber die USB, das scheiß USB-Ding, krieg ich nicht mal meine Kamera gegengeladen. Da kommt zu wenig Strom raus. Das ist echt krummisch. Das ist nicht so schön. Nee, das ist nicht so schön. Das ist zu wenig. Naja. Aber sonst geht's. Ich hab gestern so viele USB-Kabel gezogen. Kannst du dich nicht ausdenken. Ich hab mit USB immer so meine Bauchschmerzen, ne? Wenn du an einen Computer oder an ein Gerät zu viel USB anschließt, sowas, das funktioniert immer alles. Aber im permanenten, ich will's jetzt nicht Dauerbetrieb nennen, aber im permanenten Betrieb, dann fällt mal eins aus und dann geht wieder eins nicht so. Also ich hab da in den letzten Jahren auch so einiges erlebt. Oder einiges, so, weißt du, genauso wie die Kiste jetzt hier mit der Gato, so Epoch Cam, ne? Ja. Die App, mit der man über das Handy da quasi streamen kann. Genauso wie Droid Cam oder Droid Cam OBS. Das lief eine Zeit lang total super und keine Probleme. Und jetzt seit, ich weiß nicht, ob es an Apple liegt, an Epoch Cam, also an Elgato oder vielleicht sogar an Windows, weil die drei Komponenten müssen ja ineinander greifen, ne? Also auf dem Apple, also auf iOS läuft die App von Elgato. Die wiederum haben das nur eingekauft von dem Anbieter, von dem sie dann quasi das quasi, ja, quasi eingekauft haben, ja? Und die Software, die das Ganze abgreift, beziehungsweise das Plugin für OBS, läuft halt auf Windows. Und irgendwas scheint da aktualisiert worden zu sein, ich kriege keine Verbindung mehr hin. Du musst jetzt quasi jedes Mal den Kram wieder deinstallieren und wieder neu installieren, damit es wieder neu gefunden wird. Und das kann halt nicht sein. Ich benutze jetzt übergangsweise erstmal nur Droidcam OBS. Das hat für mich vergleichbare Qualität, nur halt eben das Handy ist dann dummerweise ein bisschen größer und dementsprechend ist es ein bisschen unhandlicher. Ja. Ja, ich lese es gerade in meinem Chat. Das Problem ist meist, dass USB-Geräte zu wenig USB-Root-Ups vorhanden sind. Das ist korrekt, nur wenn du dann schon anfängst und baust extra Pisa-Express-Karten ein, um dann noch mehr Geräte anschließen zu können, um dem entgegenzuwirken, dass man vielleicht eine schlechte Spannungsversorgung über das Mainboard hat oder weil man schon weiß, dass zum Beispiel, wie du hast vorhin die Facecam von Elgato in die Kamera gehalten, die hat halt auch einen recht hohen Bandbreitenbedarf. Das läuft ja auch alles dann über den Bus, um da ein bisschen entgegenzuwirken und trotzdem reicht es da nicht. Ja. Ich mag da USB nicht so gerne. Ich bin auch ein bisschen, also was heißt USB nicht gerne? Das Ding ist halt, man hat mittlerweile so viele USB-Geräte, dass das halt alles gar nicht mehr ausreicht. So viel können die gar nicht aufs Mainboard packen, glaube ich. Ja. So, wenn ihr jetzt, ich habe jetzt, ich habe gestern, habe ich das gemerkt, ich habe beide, oben habe ich vier Slots und ich hatte beide Hubs da dran, also Lenkrad und den, den anderen Hub und dann ging das Lenkrad nicht mehr. Keine Chance. Musste zwei Reihen tiefer gehen, da reinstecken, da ging es dann wieder. Wir haben einfach zu viel Gerede. Ich habe gestern übrigens, ich habe gestern, weil alle meine Capture-Karten voll sind, habe ich mir gestern Cam-Link-Anrechner herangeschraubt. Mhm. Ja. Ich habe keinen Platz mehr. Okay, das war die Aussage. Du hast keinen Platz mehr und deshalb nutzt du jetzt sogar den Cam-Link, auf den du eigentlich nicht so Bock hast. Ja. Ich habe einfach, es ist alles voll. Es geht nicht. Nur um das eben abzuschließen, abzusprechen, die Sache mit den USB-Anschlüssen, ich fände es auch gut, wenn die Hersteller auf den Mainboards zumindest optisch sichtbar machen würden, welche USB-Hubs zusammen an einem Controller hängen, damit man optisch auch irgendwie versteht und sagt, oh, alles klar. Also, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Früher hast du die Maus und Tastatur immer an den obersten beiden Anschlüssen gemacht. Die waren meistens oben direkt neben dem PS2-Anschluss oder sowas mit dran für Maustastatur. Easy. Ja. Und dann hast du die nach unten vorgearbeitet und hast es manchmal nach, einfach reingestopft und manchmal aber auch eher so nach, ja, so nach Gusto, wie es irgendwie gut aussieht oder Platz macht, dass man, manchmal kommt man ja auch den PC auf die Rückseite nicht so gut dran, dass man halt auch noch gut Sicht drauf hat oder sowas. Und dann kam das ja mit den, mit den, mit den USB-Anschlüssen, die dann vielleicht eine höhere Spannungsversorgung haben, über die man dann auch Sachen aufladen kann, Quick-Charging und den ganzen Scheiß mit dabei. Dann gab es die USB-3.1-Anschlüsse, 3.2 mit den höheren Datenraten. Das sind ja dann auch nicht alle, sondern nur ein paar. Das ist ja schon mal so ein kleiner Hinweis, aber trotzdem weißt du am Ende des Tages trotzdem nicht, wo der ganze Spaß dann so dranhängt. Das finde ich ein bisschen schade. Also bei meinem Mainboard steht das hinten drauf, was die können. Ja, also bei denen, die ich habe, wüsste ich nicht. Da steht hinten alles, das ist wirklich jeder Port, das beschriftet, was er das ist. Das finde ich gut. Vorbildlich. Ich finde, das sollten alle Hersteller so machen, ehrlich gesagt. Schöne Grüße gehen raus an der Orus. Die haben mir das nämlich letztes Jahr zukommen lassen. Küsschen. Drei Boards von euch jetzt. Top zufrieden damit. Ach so, euer BIOS. Das ist wirklich ein bisschen dünn. Da können wir noch mal ein bisschen... Ich hatte jahrelang immer nur so Asus-Bios, und da bist du halt sehr verwöhnt, sag ich mal. Und dann habe ich hier in meinem Game-PC ist auch ein Aorus-Board drin, das erste Mal aufgemacht. Ich denke so, hä? Was ist das denn? Hier fehlt die Hälfte. Genau, da fehlt einfach die Hälfte. Und die Menüs sind so komisch. Hä? Genau. Ja, kenn ich. Kenn ich, ja. Das ist ein bisschen strange. Aber da steht alles drauf, also das geht ja. Ich benutze auch hier von Road, wo wir gerade beim Thema BIOS und so weiter sind. Ich benutze auch hier diese kleinen Wireless-Go Funkstrecken-Teile. und ich oute mich jetzt einfach mal. Jemand hat auf meinem Discord heute einen Link gepostet von Slashcam.com und da ging es darum, dass es hierfür ein Update gibt. Und ich dachte so, hä, wie Update? Das ist doch nur eine Funkstrecke. Und dann so, ja klar, natürlich, hier ist ja auch ein kleiner Controller drin und das hat einen USB-Anschluss. Also einfacher kann der Hersteller das jetzt nicht aktualisieren. Ja. Rate, was ich heute vor dem Stream gemacht habe. Du hast das abgedatet. Richtig, genau. Ich habe mir von Road die Software, ich habe den Namen vergessen, runtergeladen. Ja. Und dann habe ich die mal eben alle auf die neue Firmware gebracht und habe doch gesehen, dass man über die Software noch ein paar Sachen ändern kann, die ich so nicht geändert bekomme. Sehr gut. Man muss sich nur mit dem Scheiß beschäftigen oder Leute fragen, die sich damit auskennen. Oder Leute fragen, wie was. Aber ja, okay. Schön. Ja. Ich habe übrigens ein ganz großes Problem mit meinem Q mittlerweile. Also der hat echt Schwierigkeiten. Ich habe gestern mal gegoogelt, man kann 50 Geräte anschließen, aber irgendwie fallen immer regelmäßig Sachen aus. Das ist echt nicht schön, du. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Kannst du die ganze Zeit immer gucken und machen, aber irgendwie ist das ganz, ganz wild hier. Ähm, was? Ja. Meine, meine ganzen Q-Geräte, also ab und an gehen die einfach an. Ach, Philips Q. Ja. Ah, ich dachte, ich dachte, was labert er denn da schon wieder? Ja, die. Habe ich es falsch verstanden? Q? Nee, Q. Also Q? Nee, Q. Sorry. Das ist halt super, super komisch mittlerweile. Also, hm. Ich weiß nicht, ob die Bridge zu viel, ob die, ob die alle Geräte zu Hauf sind oder so, dass das deswegen nicht mehr geht, aber es hat Schwierigkeiten. Sagt der Hersteller, wie viele Geräte man an einem Eigentlich sollen er 50 Geräte ran können. Und ich habe noch nicht mal ansatzweise 50 dran. Ja gut, das ist so, wie wenn dir dein Routerhersteller sagt, ja, über das WLAN kannst du problemlos 256 Geräte nutzen, ne? Und dann denkst du dir so, hm, wie kriege ich jetzt 256 Geräte in meinen WLAN, nur um es auszuprobieren? Ja. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen weird. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie man das eventuell umgehen könnte. Also, es gibt wirklich Schwierigkeiten mittlerweile damit. Ja gut, dein Licht kannst du ja ignorieren, das ist ja nächstes Jahr. Kommt ja eine andere Lichtlösung. Ja, das ist richtig. Das stimmt schon. Aber es ist trotzdem nicht schön. Also es ist halt wirklich nicht schön. Ich kann zum Beispiel das Rick gerade gar nicht, also unten meine Unterbodenbeleuchtung kann ich gar nicht anmachen. Reagiert gar nicht. Kannst du an, aus, an, aus, an, aus, an, aus. Kannst du nichts mit anfangen gerade. Ich habe von Philips Hue absolut keine Ahnung. Ich habe das noch nie genutzt. Ach so. Ich war immer nur bei Leuten zu besucht, die das mal gemacht haben, aber mehr auch nicht, ne? Ja gut, ich bin auch ein Esel. Das Ding kann gar nicht gehen. Ich bin ein Esel, never mind. Verrückst du uns, was es war? Ja, das Rick ist aus und das Ding geht nur, wenn das Rick an ist. Also die Steckdose vom Rick, weil das ist, ja, ich bin ein Idiot. Ne, ich bin einfach ein Idiot. Aber trotzdem, manchmal geht es hier das Logo nicht an und so. Alles gut, ich bin einfach ein Trottel. Ich müsste übrigens gleich mal ganz kurz so zwei, drei Minütchen weg. Es geht leider nicht anders, weil ich müsste mir, weil ich müsste mir mal ein Auto ausleihen für morgen und ich kriege von meinen Vermietern das Kfz und die wollen natürlich auch irgendwann mal schlafen gehen und ich muss dann Philips mal rüberhuschen. Du, dann sag einfach Bescheid, geh einfach einfach. Ich werde hier die Unterhaltung zwei Minuten lang mit meiner dezent einschläfernden Art einschläfern. Alex, bei Hardware bist du einfach nicht einschläfernd. Da bist du einfach, du bist eine richtige Brausemaus. Das klingt manchmal nur so. Wolltest du jetzt eben einmal los? Ja, ich würde dann wirklich fix mal loslaufen, weil ich muss morgen meinen Besuch zum Dings fahren, zum Bahnhof und sonst habe ich kein Auto, das wäre scheiße. Oh, da kann ich auch eine witzige Geschichte erzählen. Ich bin, am Montag bin ich Schalter gefahren. Brudi, geil, das erzähle ich auch gleich nochmal, das war sehr witzig. Fährst du Schalter privat? Ausschließlich. Ich habe noch nie einen eigenen, also ich habe noch nie Automatik selber gehabt, Also ich kann Schalter fahren, ne? Ja, aber du bist mir so eine Army, ne? Nee, 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 nee. Meine Vermieter haben, hier vorm Haus, haben die zwei Parkplätze und mein Vermieter hat gerade den Transporter von einem seiner Angestellten da, weil der drei Wochen Urlaub ist. So, jetzt musst du dir vorstellen, steht hier ein Auto, da ein Auto, hier ist eine Wand und dazwischen würde ich sagen, also passt schon gut das Auto durch, aber wenn du so noch nicht Schalter gefahren bist, kackst du dir dabei echt in die Hose. Ich habe das Auto dreimal beim Einparken abgewürgt, weil das Auto muss ja auch rückwärts da rein. Das heißt, ich musste vorwärts zwischen einem Auto, noch einem Auto und da ein Auto, musste ich einen Transporter drinnen irgendwie wenden mit Rückwärtsgang und Schaltung und bloß nicht zu doll auf eine Bremsingung. Ich habe mir in die Hose geschossen. War wild. Jetzt hol dein Auto jetzt hier. Ja, ich gehe ja schon. Und bringe ich dir da. Tschüss. So hört die Kopfhörer ab. Also ich verstehe das, als ich das allererste Mal in einem Smart gesessen habe und ich verstehe das Smart jetzt nicht das beste Beispiel für Automatik oder was auch immer halt irgendwie so ist, aber ich habe mich da echt schwer getan, den überhaupt ein paar Meter zu fahren. Also ich bin gelernter Werbetechniker. Wir haben früher, also ich habe früher als Werbetechniker gearbeitet und da mussten wir natürlich jede Menge Fahrzeuge bewegen, von LKWs bis zu Kleinstautos, die man beschriftet hat oder von Kunden abgeholt hat und von, keine Ahnung, von einem Blockierer geholt hat oder weiß der Geier was. Und wir haben die dann halt beschriftet. Und ich konnte jedes verdammte Auto fahren, egal was, eine alte Ente mit Revolverschaltung bis hin zu irgendeinem Kranwagen oder sowas. Alles, was meinen Führerschein erlaubt hat, andere Sachen habe ich natürlich nie gefahren. Ist ja klar. So, aber bei dem Smart mit dieser komischen ich weiß nicht, was es ist, da war es bei mir dann aber auch vorbei. Keine Chance. Keine Chance. So Automatik, ja, kann ich verstehen, ja, aber ich persönlich stehe absolut auf Schaltvorgänge. Ich mag das sehr gerne. Wirklich. Ich mag das wirklich sehr gerne. Mit dieser Automatik verwöhnten, geht nicht anders. Ja, ich weiß es nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche es wirklich nicht. Ich habe nichts anderes gefahren. Ja, du, wenn du nie was anderes gefahren bist oder das gewohnt bist, ist es natürlich super einfach. Und wenn man da einmal drin ist, dann versteht, es soll ja Entscheidungen abnehmen. Es soll es ja bequem machen. Und die derzeitige Entwicklung in der Richtung und wo man jetzt schon ist, was machbar ist und wie Autos mittlerweile fahren und du gar nicht mehr, du hast ja gar keinen Kontakt mehr zur Straße so gesehen. Also wenn du dir ein ganz altes Auto anschaust, dann ist das ein ganz anderes Fahrgefühl als so eine moderne Schleuder, wo du einfach gar nicht mehr mitbekommst, dass du in einem Fahrzeug mit vier Reifen Kontakt zur Straße hast, sondern du bist halt in deiner eigenen Bubble. Wenn du heutzutage mal so ein Fahrzeug der gehobenen Klasse fährst oder sowas, dann bekommst du gar nicht auf die Idee, dass du dich mit 200 kmh über die Autobahn bewegst. Jetzt mal als Beispiel so. Die werden komplett so diese physikalischen Dinge wie, keine Ahnung, Sound, also Fahrtwind und so weiter. Es wird ja alles abgenommen. Alles wird abgefedert. Und du kriegst, das Gefühl verliert man halt total mit dabei. So und, ja, weiß ich nicht. Also um zurückzukommen, ich hatte damals mit diesem Smart, keine Ahnung, wie sich das Ding bei Smart genau nennt, richtig Probleme. So, dann hat sich mein Chef in das Auto gesetzt und er hat auch nur geflucht. So, und der ist, also mein Ex-Chef natürlich, ne? Gut, die Automatik vom Smart ist auch einfach gestrickt. Wenn du mal einen guten Wandlerautomat gefahren bist, das ist ein Träumchen. Wir sind, wir haben früher natürlich auch Fahrzeuge mit, ähm, mit, äh, also nicht Smart Automatik bewegt und gefahren. Und da war das natürlich, klar, ne? Fährst von A nach B, läuft, muss sich um X kümmern und, ne? Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist alles im grünen Bereich. Rechtslinke ist noch erst richtiges Pro-Level. Also wenn du mal, äh, wenn du die, also wenn du noch nie das Lenkrad auf der falschen Seite hattest oder du bist noch nie im Ausland, äh, auf, ähm, quasi in, in, in Großbritannien oder so, Auto gefahren, ja? Oder auf diversen Inseln oder in Australien oder was der Geil was. Das ist schon Brainfuck. Genauso wie wenn du das erste Mal in London, ähm, als Tourist unterwegs bist oder allgemein in Great Britain. Ähm, da, da wirst du beim Überstraße, beim Straße überqueren überfahren. Einfach weil du auf die falsche Seite geachtet hast, so, ne? Das ist schon crazy. Aber wir sind Gewohnerttiere, das, das machst du ein paar Minuten, das machst du eine Stunde und dann hast du das drin. Also in der Regel, ne? Zumindest ging es mir so. Ist eigentlich Gas und Bremse auch verkehrt? Äh, ich sag jetzt einfach mal nein. Ich, ehrlich gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich bin schon mal ein Auto gefahren, aber das ist schon 20 Jahre her und das war auch nur, äh, einmal um die Ecke fahren. Also ich hab nicht wirklich am Straßenverkehr teilgenommen und sowas. Übrigens, vor allem, wenn du eine lange Zeit alleine auf der Straße bist, hat ein paar Jahre eine Rechtslenke und da war es einfacher als gedacht. Ja, es ist auch. die Pedale sind gleich, genau, rechts ist immer Gas. Was strange ist, wenn du gewohnt bist, immer mit Schaltung zu fahren, du bist immer Schaltung gefahren und dann sitzt du in der Automatik. Ich glaube, der Großteil aller Menschen, das erste, was passiert ist, dass du bei der erstbesten Gelegenheit vor der Scheibe klebst, ne? Weil du hast halt noch diese scheiß zwei Pedale, ja? Und bei Schaltung latschst du halt permanent auf die Kupplung, ne? Und dann denkst du dir natürlich, okay, jetzt kommt hier eine Ampel, dann müssen wir mal kurz auf die Kupplung und dann ist es aber die Bremse und klatsch hängst du erstmal mit deiner Stirn vor der Scheibe. Das habe ich auch ein paar Mal geschafft und das fanden die Leute sehr witzig und ja, ist egal, man kennt das ja. Wandlerautomatik ist auch echt so 80er und 90er. Ja, stimmt schon. Das ist schon nicht verkehrt. Na, guck mal, wer da wieder da ist. So, da bin ich wieder, sorry. Hallo. Ich habe gerade Ärger gekriegt. Ärger? Mhm. Ich habe das Auto ja Montag wieder abgegeben, weil ich das ja quasi nur mir ausgeliehen habe. Jetzt hat mein Vermieter gemäckert, warum der blöde Bengel denn das Auto nicht behält. Da steht ja eh nur drei Wochen hier rum. Dann hat er wenigstens Angst. Jetzt habe ich den Schlüssel gekriegt für morgen, soll das Auto bitte behalten, bis der Kollege sich das wieder abholt. Ach so, ja, das ist ja, das ist ja mehr Ärger. Mann, Mann, Mann. Es wurden einfach dieses Verhältnis hier, einfach großartig. Ich gehe schon unter der Hand als Ziehsohn durch. Mhm. Das kann ja nicht viele verschiedene Dinge bedeuten. Entweder das sind einfach nur sehr nette, kompetente, korrekte Menschen, die einfach daran interessiert sind, dass es ihrem Umfeld und sich selber natürlich gut geht. so, ne? Ja. Die zweite Möglichkeit ist, die wiegen dich so lange in positiver Stimmung und in Sicherheit oder sowas, bis sie einfach die Tür abschließen und dich nicht mehr rauslassen. Und sich töten. Und dich, genau, ich wollte es nicht so sagen, aber vielleicht. Ja, das wäre auch egal, weil die haben ja auch einen Schlüssel für meine Wohnung. Okay. Ja. Nee, ich glaube, ich bin einfach super nett. Also ich glaube, mich möchte ich halt auch als Nachbarn haben. Meine Nachbarn waren, ehrlich gesagt, sehr interessiert daran, was ich hier so mache und warum ich eigentlich nie zur Arbeit fahre und warum ich eigentlich fast die ganze Zeit zu Hause bin so. Nee, das fragen meine Nachbarn überhaupt nicht. Das ist denen egal. Was machst du? Also die haben mal gefragt, und dann war es egal. Also meine direkten Nachbarn standen hier mal, nachdem ich eingezogen war, so nach zwei, drei Monaten oder so, standen hier alle mal bei mir im Büro drin und haben also geguckt und dann war natürlich die Überraschung und das Erstaunen groß von denen so, was genau machst du hier? So halt und ja, ein bisschen drüber gequatscht und dann standen die alle rauchend auf meinem Balkon. Das habe ich noch nie gehabt. Also es kommen Leute, die sich das angucken, die haben davon keine Ahnung, ah, okay und dann gehen sie wieder raus. Ja, so ähnlich war das auch. Ich glaube, die Fragezeichen waren nachher größer als vorher. Oh, das Witzigste, ich fahre ja nur Auto. Ich mache nichts anderes als Autofahren. Also in diesem Haus hier. Ich fahre nur Auto. Also was anderes mache ich nicht. Und dann, hat meine Vermietung mich am Sonntag angerufen und sagt, sag mal Nils, kannst du überhaupt Schalter fahren? Wieso? Na klar, habt ihr Schalter gelernt? Ja, na, fährst du da sonst in der Automatik? Kannst Schalter fahren? Ja, kriegst du schon hin. Dann höre ich so, mein Vermieter sagt dann, natürlich kann der Bagel das, der fährt doch den ganzen Tag oben Auto. Was meinst du, was der da macht? Der schaltet doch da auch nicht Automatik oder was? Ist einfach großartig. Ja, schön. Wir führen mal eben kurz auf die Sprünge. Wenn du da bei deinen Rennen Schalter fährst, fährst du da, fährst du da Rippschalter, Schaltung? Und du schaltest nicht? Kann ich aber auch. Ich kann auch, ich habe alles da. Ich habe Kupplung und Haarschalter. Würdest du sagen, wenn man jetzt beispielsweise so mit 15, 16, wie auch immer, wenn man anfängt zu zocken oder vielleicht schon früher, wenn man dann schon zu Hause schon Lenkrad und Schaltung und so weiter und auch Pedale und so weiter hat, meinst du, das hilft dir so, das vorher schon mal so zu simulieren oder verzerrt es das Bild am Ende? Nee, das hilft. Das hilft ungemein. Okay. Also das hilft, das ist eine doofe Sache, weil ich schon ein sehr älterer Mensch bin, aber für mich zum Beispiel hat mir das geholfen, die Limits des Fahrzeugs kennenzulernen. Ja. Also ich sage mal so, ich spreche mich davon nicht frei und ich verheimliche das auch nicht, ich fahre ab und zu mal einen heißen Schuh, also auf der Autobahn, auf der Landstraße nicht und da hat mir das schon das eine oder andere Mal den Arsch errettet, das Auto zu kennen. Also wenn du zum Beispiel die Straße runter guckst und du fährst halt deine 200 Orgeln und du siehst eine coole schon, dann weißt du genau, was da passiert, weil du hast es, also du hast es physisch nicht erlebt, aber du weißt, was da passiert und das hilft mir zum Beispiel zu sagen, okay, Piano, wir fahren mal langsamer. Okay. Hast du schon mal einen Unfall gehabt in echt? Nee, noch nie. Wie lange fährst du jetzt Auto? Drei Jahre. Ja, also statistisch gesehen könnte mal passieren, ne? Kann ja. Also ich sage es immer wieder, ich bin kein perfekter Autofahrer, gar nicht. Mir hat es geholfen, spät anzufangen mit Autofahren. Mir hilft Simracing ungemein, sowohl positiv als auch negativ. Also negativ. Aber da geht noch mehr beim nächsten Mal. Nee, weißt du, was das Problem ist? Das Problem an der ganzen Sache ist, ich kann fünf Stunden 200 fahren, ohne dass mich das stört. Aber ich werde nicht müde und ich werde auch nicht unkonzentriert. Ich kann bei 200 Tempo Bad fahren und mich stört das nicht. Und das halte ich persönlich für gefährlich. Das gewöhne ich mir auch ab mittlerweile, weil ich das nicht gut finde, weil da draußen, also in der realen Welt sieht das ein bisschen anders aus. Und das Positive ist, du weißt gar nicht, wie schnell ich eine Bremse treten kann. Weil ja, da bist du Lichtjahre hinterher, bis ich auf der, also wenn ich schon auf der Bremse stehe. Ich habe letztens jetzt mit dem Kind vor das Auto gesprungen, ich stand so schnell auf der Bremse, die Mutter guckte mich an, machte Fenster runter, ich so, ja, ich fahre sehr viel Auto, kein Problem. Sie war sehr froh darüber. Aber ja, also Reaktionszeit ist auch richtig crazy dadurch. Okay, gut. Ich war ja, als du gerade draußen, was habe ich gesagt? Ich finde, wir haben uns über Autos unterhalten, über Automatik. Ich finde, dass gerade die modernen, auch die etwas hochwertigen oder luxuriösen Fahrzeuge, die nehmen dir so die komplette Fahrphysik ab. wenn du, wenn du, wenn du, früher hast du, das erste Auto musste eine Dreckskarre sein, weil jeder wusste so, naja, du fährst dir eh eine Beule dran, du machst eh einen Kratzer rein oder irgendwas passiert sowieso. Das muss nicht passieren. Mir ist das zum Beispiel am Anfang nicht passiert, aber es kann halt passieren und es ist recht wahrscheinlich, dass du so im ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren vielleicht irgendwie, naja, irgendwo dran stößt, sagen wir es mal so. Und das macht auch echt Sinn, dass du erst mal so verstehst, dass du nimmst die Geräusche anders wahr, das Auto nimmt dir durch tausend Sicherheitstechniken, die ja wirklich sinnvoll sind, aber auch so ganz viele Entscheidungen ab, die du, wo du selber gar nicht auf die Idee kommen würdest, da vielleicht vorher schon mal zu bremsen oder vor der Bremse zu gehen, wenn du die Bodenhaftung verlierst und solche Kleinigkeiten. Und ich finde es ehrlich gesagt sogar gut, dass ich, dass meine ersten Autos das gar nicht hatten. Dass ich, dass man das so in Anführungszeichen aus der Pike noch vielleicht irgendwie mitbekommen hat und gelernt hat. Und ja, ich hatte schon ein paar Unfälle und ich bin immer selber schuld gewesen. Und das war nicht wegen zu schnell fahren, sondern einfach wegen totaler Dummheit und Unachtsamkeit und weil ich ein Vollidiot dann auch in dem Moment gewesen bin, ne? Auf der Straße. Aber zum Glück ohne Personenscheiden bisher und da, ich fahre mittlerweile völlig anders als noch vor sehr langer Zeit. Also, ich bin ja genau das Gegenteil davon. Ich bin nicht der Meinung, dass Leute in 2021 noch auf Dreckskaren Autofahren lernen sollten. Nee. Mir hat's geholfen. Ich weiß nicht, ob das für alle zutrifft, aber mir hat's auf jeden Fall geholfen. Ich glaube, wenn du charakterlich schon, also, das sag ich jetzt ganz bewusst so, ich glaube, wenn du charakterlich kein Auto führen kannst, dann kannst du, es ist scheißegal, was du für ein Auto fährst. Ist korrekt, ja. Ja. Punkt. Das spielt keine Rolle, ob du eins fährst, was dir ein Assistent, wo dir was abnimmt, wenn du scheiße Auto fährst, fährst du scheiße Auto. Also, jeder fährt scheiße Auto, davon mal abgesehen, nur weniger scheiße. Weil, jeder hat irgendwie mal die Vorfahrt genommen oder irgendwo gepennt und Quatsch gemacht und andere hat aufgepasst. Deswegen steht ja auch drin eine gegenseitige Rücksichtnahme, nicht? Aber, da ist, also, die Kategorie hatte ich in meinem Chat auch, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Die hatte ich auch, die Kategorie. Die ganzen etwas betagten Menschen, die dir erzählt haben, dass du dir doch bitte eine alte Rotz-Polo kaufen sollst, um erstmal richtig Autofahren zu lernen. Die Dinger wurden nicht, also, ich sage es immer so, man muss sich nicht vor Fortschritt verweigern. Man sollte sich vor Fortschritt nicht verweigern und das ist so diese typische Fortschrittsverweigerung, weil die Scheiße wurde halt erfunden, um den Straßenverkehr sicherer zu machen und da bringt dir ein Drecks-Polo, bringt dir auch das Autofahren nicht bei. Wenn dein Polo weg ist, ist dein Polo weg. Tschüss. Dann rutscht er dir sonst wo nach Usbekistan, egal, was du auf der Bremse gelernt hast oder nicht. Und das andere kann das voraussehen, noch weiter vorausschauen als du. Das ist wie Schalten, da gibt es, ich möchte einen Mod zitieren, der, der zur Automatik was gesagt hat. Warum soll ich etwas, warum soll ich dem Auto, was zehnmal intelligenter schalten kann als ich, das abnehmen und das selber machen. Und so ist das nun mal, das Auto ist halt auch nicht mittlerweile nur noch ein Auto, sondern das ist halt was sehr, sehr Schlaues, was was kann. Dann bist du am Ende bei derselben Diskussion zwischen so, eh, E-Autos und Schwachsinn, brauch keine Sau. Das ging früher auch immer, ich will ja 2000 Kilometer am Stück fahren, wenn ich in Urlaub fahre und da muss auch niemand auf Toilette und selbst wenn, dann tanke ich eben kurz in fünf Minuten und fahre ich sofort weiter. Witzigerweise habe ich mich damit letztens mit einem Kfz-Meister unterhalten und, ja, weißt du, wusstest du eigentlich, dass du kaum bis gar keine Klimaanlage benutzen kannst in deinem Fahrzeug, weil dir sonst deine Laufleistung einfach so dermaßen gecuttet wird, dass du beim E-Fahrzeug das wusste ich zum Beispiel gar nicht und ich habe letztens haben wir uns darüber unterhalten und mal ein, zwei Sachen dazu angeguckt und das, das war ein Audi, ich weiß gar nicht, wie die Bezeichnung war, der, der SUV, der SUV Dings hier. E-Tron. Ja, irgendein E-Tron und der hat den E-Tron angeschmissen, der hat, ich weiß gar nicht, 80.000 Euro Auto, ich kriege das nicht ganz genau zusammen, auf jeden Fall hat der Klimaanlage angemacht auf volle Hulle im Winter und hatte dann irgendwann nur noch irgendwie so 150 Kilometer Reichweite von den eigentlichen 500, die er haben sollte, glaube ich, oder so. Das ist sehr witzig, aber wenn ich jetzt schon wieder höre, dass das totaler Blödsinn ist, ich glaube, da werden sich die Leute dann auch streiten, scheinbar. Ja, das ist halt, es gibt halt auch nicht so viele Erfahrungsberichte, ich wollte noch eben kurz anhängen, mir hat das unheimlich was gebracht, dass ich, als ich 18 war, schon bei der Werbefirma gearbeitet habe als Praktikant und dann später Ausbildung da gemacht habe, wir haben halt wirklich viele Fahrzeuge beschriftet, also mehrere die Woche, wir haben jetzt nicht so ein Riesenbude, wir haben jetzt nicht mehr Autos gemacht, aber da hatte ich halt von vornherein Kontakt zu verschiedenen Autos und habe nicht nur auf meiner Karre was gelernt, sondern dann musstest du halt mal einen Bulli fahren oder halt eben auch mal so eine kleine Ente, weil meine Ex-Chefin so, und das war halt auch cool und das hat mir dann schon so diesen Einblick gebracht und ja, ich habe die Ente auch abgewürgt in der Garage und dann gehst du von der Kupplung, da ist noch ein Gang drin, dann mach die nochmal so einen Satz nach vorne und alle gucken dich an, als ob du jetzt jemanden umgebracht hast. Habe ich mit dem Transporter auch gemacht, ich habe den dreimal abgewürgt, sogar vor der Staatsgewalt. Scheiße. Das war witzig, wie sie geguckt haben, aber es war bergauf und da gab es keinen Assistent dafür und ich habe das wirklich lange nicht gemacht, also ja. Ja, sagt doch, eigentlich sagt da keiner was. Ich habe in meiner Führerscheinprüfung auf der ersten Kreuzung das Auto abgewürgt, weil ich auf dem Diesel gelernt habe und in der Führerscheinprüfung war es dann halt eben Benziner und der Diesel ist ja ein bisschen, ich sage jetzt mal, der hat untenrum einfach ein bisschen mehr Druck, so sage ich mal, beziehungsweise mehr Drehmoment und da ist es halt nie passiert und ja, dann stehe ich da, gucke so nach hinten und der Prüfer so, sagen Sie mal nicht so nervös und dann war es das und danach ist nichts mehr gewesen. Es war sogar Schnee draußen. Ich habe den Führerschein dann anderthalb Monate nach meinem Geburtstag bekommen und konnte dann direkt mit 18 da Kit geben. Es war schon gut. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Und ja, zu dem Thema mit E-Auto und Winter plus dann noch alle Assistenzsysteme beziehungsweise in dem Fall die Klimaanlage anmachen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dann weniger wird, aber das wird dann auch genauso Unterschiede und unterm Strich dann halt irgendwie geben bei den verschiedenen Klassen und Ausführungen und Größenordnung wie es halt bei anderen Fahrzeugen auch so der Fall ist. Ich glaube, momentan ist es die Vermutung, hier wird sehr, sehr viel erzählt mit Reichweite, aber das sind immer nur so Idealumstände, die man fast nie hat irgendwie. Das ist ein sehr komisches Thema. Also ich möchte übrigens nicht sagen, dass ich Anti-E-Fahrzeuge bin. Also absolut gar nicht. An gar keiner Stelle. Ich bin sogar pro, dass das eingeführt wird. Ich finde das trotzdem gerade ein bisschen weird, weil das ist auch so ein Ding, was so hart gepusht wird momentan. Und naja, mein Lieblingsbeispiel ist halt immer, wenn alle jetzt das Ding fahren, wie sollen die Leute in einem Zwölfstocker in Marzahn ihre Autos laden so. Also Ladestationen gibt es ja auch fast gar nicht. Und der Idealbetrieb ist ja immer, das ist mein Lieblingsbeispiel, Hipster-Familie, Berlin, Dingsspeckgürtel, Solaranlage auf dem Dach, die können das halt laden so, weißt du. Und der Orte-Normal-Mensch, der ist ja eigentlich komplett am Arsch mit den Dingern. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Das ist ganz komisch. Also so Stadtverkehr ist echt guti so, aber naja, wir sollen ja jetzt alle Zug fahren. Fliegen sollen wir auch nicht mehr, aber Zug fährt ja auch nicht vernünftig. Also irgendwo ist es komisch gerade. Ach, zu Fuß gehen. Demnächst, ne? Hamburg, Berlin. Fahrrad. Fahrrad, genau. Wer braucht in der Stadt ein Auto? Ja, frag mal den Gastwasserscheiße-Dude, der zu dir nach Hause kommt und deinen Dings da macht. Der kommt bestimmt nicht mit dem Bollerwagen angefahren. Beim Chat steht gerade noch der ausgleichende Satz, Klima im Benzin frisst auch mehr Sprit gleich weniger Reichweite. Also der Unterschied ließ da allerdings irgendwie, wie war das, so ungefähr ein Liter mehr? Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nach was auch immer? Ja, dass das noch was verballert, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber das hat sich ja die Jahre auch so eingependelt. Da steckt aber auch schon viel mehr Entwicklung drin. Also das darf man nicht für sagen so. Also der Verbrenner hat ja schon mehrere Jahre Vorsprung. Also das kannst du ja so, das wäre ja Äpfel und Birn vergleichen. Am Ende. Das kannst du ja auch nicht machen. Naja. Das ist auch ein ganz, ganz schweres Thema. Also gerade auch E-Autos ist sowieso ein schweres Thema oder E-Mobilität. Also ich freue mich ehrlich gesagt auf die E-Mobilität, aber ich weiß noch nicht, ob mein nächstes Auto, ich habe ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, habe ich noch gesagt, mein nächstes Auto soll nochmal ein richtig, so eine Assi-Karre sein, das muss auch nicht neu, also irgendein Ding, wo ich mich auch ein bisschen für schäme so. Und jetzt sind ein paar Wochen, ein paar Monate vergangen und ich denke mir dann auch so, naja, eigentlich irgendein super günstiges Leasing-Angebot. Du kriegst teilweise E-Fahrzeuge mit kleinerer Reichweite auch schon für weit unter 100 Euro im Monat angeboten, für ein Jahr oder für zwei Jahre Leasingleistung. Also besser als so rein zu schnuppern, geht halt auch gar nicht. Wenn du damit überhaupt gar nicht klarkommst, bist du es nach ein, zwei Jahren sofort wieder los, auch wenn du in Anführungszeichen. Und also auf der einen Seite wohne ich hier so weit außerhalb, dass man eigentlich meinen müsste, ich habe hier eher Probleme und nein, unsere Bude hat hier noch keine Wallbox oder Lademöglichkeit selber. Ich habe hier aktuell, soweit ich weiß, drei Ladepunkte, die alle mindestens zwei, eher drei bis vier Stellplätze haben, dass man laden könnte. Und ich denke, dass es, ich habe ja mehrere Nachbarn gesehen, die auch keinen eigenen Ladepunkt halt irgendwie haben. Ich glaube nicht, dass es hier großartig Probleme geben würde. Ganz ehrlich. Aber, also ich freue mich drauf. Also ganz ehrlich, das ist für mich genauso, wie ich habe früher mal ein Auto mit einer Gasanlage gefahren und da war dieses Netz mit den Gastankstellen noch bei weitem nicht so weit ausgebaut, wie es heutzutage so ist. Und da musstest du dir schon nochmal anschauen, okay, willst du eine weitere Strecke fahren, wo ist denn da überhaupt was? Oder du konntest nicht an jeder zweiten Tankstelle mal eben kurz Gas tanken, sondern du musstest dann bei uns im Ort gab es nur zwei. Also im Ort meine ich in der Stadt. So und entweder fährst du zu dem einen auf der einen Seite der Stadt oder zu dem anderen auf der anderen Seite der Stadt. So und das hat man halt mit eingeplant. Das war richtig schön. Das war so ein Zentralner und der hatte so einen 120 Liter Gastank hinten verbaut und wenn du den Kofferraum aufgemacht hast, hast du auf so einen riesigen Tank geschaut und das war schon geil. Das war schon sehr witzig. Ja, Gas fährt doch. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute Gas fahren. Das ist ja auch noch ein gewisser Anteil. Ja, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland ist. Also es ist auf jeden Fall verbreitet und quasi jeder Fahrzeuganbieter und jede Werkstatt bietet dir fast jede Werkstatt wahrscheinlich so einen Umbau an. Mein Chef war damals noch eine Nummer, in Anführungszeichen Militanter, der ist auf Pflanzenöl gefahren. Der hat sich dann ein Auto gekauft und immer wusste, dass die Pflanzenöl-Community da den Daumen hoch macht und dann gibt es halt so zwei, drei Bauteile, wo man darauf achten muss. Eine Kraftstoffpumpe, dies, das und ein paar Dichtungen und ein paar Schläuche, die man dann auswechselt, damit die nicht aufquellen oder damit das Pflanzenöl das nicht angreifen kann. Und theoretisch kannst du zum Aldi fahren und dir einfach irgendein Pflanzenöl kaufen, aber am günstigen ist es, wenn du dir Pflanzenöl bei der Rapsmühle irgendwie bestellst. Die kommen dann vorbei und machen dir deinen Tank zu Hause voll. Und dann hast du da dein, ich weiß nicht, wie viel hundert oder tausend Liter Tank vorm Haus stehen und kannst mal eben kurz auf Pflanzenöl fahren. Theoretisch auch auf Frittenfett, das geht auch. Super crazy eigentlich. Riecht ein bisschen nach Pommesbude, ja, das stimmt. Das riecht ein bisschen nach Pommesbude, aber ich sag mal, jedes Mal, wenn du an einer normalen Kraftstofftankstelle vorbeifährst, dann hast du halt so ein leichtes Lachen und so ein leichtes Grinsen im Gesicht. War es nicht so ein Heizungsöl? Gab es doch auch mal, oder? Das Rote? Da sind doch Leute auch gefahren. War das Heizungsöl? Soweit ich weiß, kann man die alten Diesel alle auf Heizungsöl fahren, aber weil da die Steuern nicht drauf sind, ist es nicht legal? Ich weiß nicht mehr ganz, es kommt mir nur gerade in den Sinn, dieses Rote, dieses rötliche, diese rötliche Flüssigkeit. Ja, was im Chat steht, Heizöl ist Diesel, nur halt anders gefärbt. Genau, genau. Also wenn du dich dabei packen lässt, hast du wahrscheinlich ein Problem, aber nun, es ist natürlich nicht erlaubt, weil Steuerhinterziehung, bla bla, bla bla und wahrscheinlich noch ein paar andere Vorwürfe, die man dir da reinmachen könnte, aber theoretisch, viele Bauern machen das. Ja, was die Bauern alle so machen, also wenn du zur falschen Zeit über das Land fährst oder so, dann verbrennen Bauern auch auf ihrem Grundstück alte Autoreifen und so, ob sie es dürfen oder nicht. Und das war jetzt nicht gegen Bauern geschossen, ich komme selber vom Land, ich habe da keine Vorteile. Die leben da einfach ihr Leben so. Ja, genau. Viele Regeln sind da nicht angekommen. Oh, sie sind angekommen, aber sie werden belächelt. Sagen wir es mal so. Und ich meine, wenn der Bauer da, weiß ich nicht, 5000 Liter Heizöl hat, äh, pfff. Hm. Hm, 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 hm. Also ich würde da auch nicht die sagen. Gas kostet schon einen Euro, hatten wir damals auch, wo es gut noch 50 Cent gekostet hat, ja. Ja, also wir haben nicht für 50 Cent den Liter getankt, aber, also es waren keine, es waren keine 70, es waren eher, keine Ahnung, ich würde sagen, um die 60 Cent rum so. So, und du hast bei, äh, du hast eine geringere Energieausbeute bei, bei, ähm, Gas, um nochmal eben kurz darauf zurückzukommen, also hast du auch einen höheren Verbrauch in Litern gemessen, ähm, und es ist trotzdem, äh, dann am Ende des Tages günstiger und dann muss man wieder die, die Umrüstkosten des Fahrzeugs mit einrechnen, also auch da wieder, es lohnt sich erst ab so und so viel Kilometer Laufleistung, außer du hast eine super alte Karre und bla 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 bla, ne. Ich, das haben wir, das haben wir alles damals durchgegangen. Ich glaube, ich habe gerade einen sehr erfahrenen, äh, äh, Heizölfarbe im Chat. Ah, okay. Die rote Farbe im Heizöl, ist nicht UV-beständig, just saying. Ja. Äh, 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 bezüglich übrigens nochmal, weil ich das nochmal sagen möchte, äh, bezüglich der, äh, E-Motoren und des Verbrauches, äh, bezüglich der, äh, der Klimaanlage, also es gibt da natürlich ein, zwei Fahrzeuge, bei denen das richtig hart reinkickt und dann wird es natürlich auch andere geben, wo das nicht ist. Also ich möchte, nochmal, ich bin nicht Anti-E-Fahrzeuge, absolut gar nicht. Es ist gut, dass wir Alternativen kriegen, dass wir nicht, äh, nicht nur Benzin fahren. Definitiv. Ob das jetzt am Ende des Tages, ob wir in, ob wir, wenn wir Rentner sind, äh, ob wir dann Elektrofahrzeuge auf den Straßen sehen oder irgendetwas anderes, was jetzt nicht mehr der übliche Verbrenner ist, wie wir ihn heute so kennen, das ist ja am Ende schon fast egal und es, es müssen ja auch Fehler gemacht werden. Es ist ja, es ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass wir, dass wir jetzt heute, äh, uns hingehen und sagen so, ah, ja, klar, Elektrofahrzeuge, das ist, das ist das nächste Ding und das wird ewig so bleiben. So, wahrscheinlich wird es das nicht, aber vielleicht, vielleicht ja doch. Wer weiß. Also ich kann halt den typischen Diesel-Dieter halt nicht so richtig nachvollziehen, wenn, wenn, wenn dann einfach nur so diese Argumente gebracht werden, wie, naja, man steht viel zu lange an der Ladesäule und, ähm, ich, ich, ich lade dieses Handy jetzt mittlerweile voll in 17 Minuten. 100 Prozent. Und das ist crazy. Und wenn, wenn, wenn du dir dann diesen Hyundai anschaust, äh, der, ähm, der, ich weiß nicht mit wie viel Power lädt, also das Auto meine ich jetzt, äh, da ist ja noch, da ist ja noch, wie du vorhin schon gesagt hast, bei Benzinern ist so viel Gehirnschmalz und, und Entwicklung in die Effizienz und Ausbeute und so weiter halt reingegangen, ähm, das, das kommt bei den Elektroautos natürlich noch und bei den anderen auch. Wer weiß, vielleicht ist es, also Wasserstoff vielleicht nicht, aber vielleicht, keine Ahnung, synthetisches Zeug, we don't know. Ich, das, den du mir gerade gegeben hast mit Diesel-Dieter hier, ey. Sag mal. Ich hab kein Problem mit Diesel, ich hab selber jahrelang Diesel gefahren. Ich finde halt nur, ich finde halt nur diese Argumente, die eben aus dieser, aus dieser, aus dieser Bubble kommen, der, ich sag jetzt mal, sehr Scheuklappen tragenden Fahrzeugnutzer und es ist ganz klar, dass aktuell nicht jeder einfach mal eben auf Elektro umsteigen kann, weil, wie du schon gesagt hast, entweder fehlt einfach die komplette Ladeinfrastruktur, du wohnst in einem Ballungsgebiet und hast mehr Nachteile als überhaupt irgendwelche Vorteile, wenn du in einem Randgebiet, Speckgürtel oder was wohnst, wie du schon gesagt hast, ne, entweder hast du da einfach viel weniger Auslastung oder du kannst dir noch eine Anlage aufs Dach klatschen, wenn du die Kohle dafür hast, du kannst zu Hause noch einen Teil laden oder einen Großteil davon laden, ne, aber, und das ist ja auch gar nicht gemeint, dass man von heute auf morgen alle umsteigen müssen, das geht auch gar nicht, das geht auch gar nicht, ne, aber so, dann sich so militant dagegen zu wehren und dann zu sagen so, nein, ich fahre in den Urlaub mehrmals im Jahr und wir müssen 1600 Kilometer durchballern, das kann kein Elektrofahrzeug und mein Diesel kann das aber und wir müssen auch gar nicht anhalten und wir machen keine Pausen, dann tut es mir für die Familie wirklich leid, also, sorry, ist so, das kann ich nicht nachvollziehen, das war das, worauf ich gerade hinaus wollte. Es dauert noch ein bisschen, denke ich. Es wird noch ein bisschen dauern. Wir sind, glaube ich, auch schon wieder so in einem sehr militanten Bereich da unterwegs. Viele, die sehr viel und sehr stark dafür sind und dann halt Leute, die sehr stark dagegen sind, das ist zu schwierig. Ich habe zum Beispiel auch kein E-Fahrzeug genommen. Für mich ist es einfach logistisch. Logistisch wäre das nicht schön. Ich habe nicht zu Hause die Möglichkeit und unterwegs auch nicht. und meine Strecken, wenn ich welche fahre, sind alle über 100 Kilometer und mehr. Ich hätte noch mal so richtig Bock auf so ein, keine Ahnung, es muss nicht so ein großes Auto sein, aber so ein Honda Civic, weißt du, so ein richtig scheiße, lautes, ekelhaftes Ding, wo du dir denkst, oh Gott, wer fährt denn diese, verstehst du, sowas hätte ich noch mal Bock für ein, zwei Jahre zu fahren. So als Abschluss, so erstmal, okay, dann bin ich mit Verbrennern erstmal durch, dann habe ich alles gemacht. Ich hätte noch mal gerne so eine Karre, die so ein bisschen so ein bisschen fuffert als Benziner und ja, ich weiß, die Elektrofahrzeuge, dass es die natürlich auch mit genug Leistung gibt, aber da zahlst du halt auch ordentlich dann aus der Tasche. Das muss halt auch nicht sein. Ach, schauen wir mal. Ich lasse mich da auch überraschen. Ja. Und zum Thema, darf man heute überhaupt noch Bauern sagen oder muss es Landwirt sein oder Agrarökonom oder sowas so? Solange, solange ich vom Dorf komme und mich selber noch so als halben Bauer familiär gesehen sehe, finde ich, habe ich irgendwo noch das Recht, das so zu sagen. Also nicht wie ein Streamer, der auf Twitch gerade gestern gebannt worden ist, der super edgy sein wollte und dann noch auf seinem Standpunkt noch weiter Bauer hat, das finde ich schon ziemlich dämlich. Aber das ist ein anderes Thema. Das wollte ich jetzt gar nicht anreißen. Entschuldigung. Was? Hol mich ab. Schicke ich dir später. Meinst du Hohe an? Nein. Hä? Großer Streamer? Jetzt muss ich wieder es forschen. Es hat was mit dem Mond zu tun und trocknen. Ich schicke dir das gleich. Ach so. Ach so. Wegen hateful speech oder was? Mhm. Das Ding? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was gesagt wurde. Habe ich nicht mitbekommen. Ich schicke dir, ich schicke dir eben einen kurzen Link dazu. Aber wie gesagt, das muss jetzt hier nicht, das müssen wir jetzt heute hier nicht durchführen. Nee, ja, nee, müssen wir auch nicht. Aber 30 Tage Urlaub ist ja auch mal schön über die Weihnachtsfeiertage. Ich glaube, dafür bekommt der Channel keine 30 Tage Urlaub. Also gesagt wurde 30 Tage Urlaub. Also das ist das Ganze, was ich weiß. Hm. Ah ja. Gympansum Racer. Dicker Magne... Warte mal. Dicker Magma Flow JDM Style. Ah ja. Ich mag die auch. Oh, ich habe letztens... Mann, ich ärgere mich so sehr. Es gibt von Toyota so eine geile Karre, die ich gesehen habe. Ah. Jetzt muss ich gerade rausfinden, welches Auto das ist. Von Toyota. Einen kleineren? Nee, hier ist er. Toyota Chaser. Oh, Backe. Das ist so ein schönes Auto. Nehm an, du schickst mir gerade einen Link dazu, damit ich nicht selber googeln muss, weil ich faul bin. Ja, ja, ja. Gibt es gleich hier. Aber ich weiß nicht, ob es davon nochmal irgendwo eine Neuauflage gibt. Ich bin auch überhaupt nicht sicher, ob ich beim... Also, ich fahre mein Auto jetzt noch über ein Jahr und ich bin überhaupt nicht sicher, ob mein Auto dann nochmal eine ältere Karre wird oder irgendwie... Nee, sowas möchte ich nicht haben. Nein, nein. Kein Toyota Chaser. What? Nein, nein, nein. Mega geil. Ich wünsche mir, das würde es nochmal als Neuauflage geben. Dann, also, nein. Oh, doch. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob man den irgendwo kaufen kann, so als Bauprojekt. Kennst du den, warte mal, wie heißt der denn? Kennst du den Chrysler 300C? Also, wenn es schon was Dickes sein soll? Nee, dick ist bei mir nicht mehr. Guck mal, der hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Royals. Also, er hat nicht Ähnlichkeit mit einem Royals, Entschuldigung, er sieht einfach noch ein bisschen fett aus, so, ne? Den finde ich zum Beispiel auch ziemlich cool. Und ich stelle dir den Chrysler 300C mal bitte komplett schwarz-matt foliert vor. Ich meine, natürlich steckst du in so ein altes Auto dann nicht noch so viel Geld für eine Folierung oder du machst es halt selber. Aber so ein Ding finde ich auch cool. Aber da möchte ich eigentlich gar nicht hin, weil das ist halt auch wieder so ein Schiff, das habe ich früher schon mal gefahren, finde ich okay, aber ich möchte eher so was lautes Auffälliges, Assi-mäßiges haben und nicht sowas. Toll, jetzt reden wir über Autos hier. Ne, tut mir leid, Jim, das finde ich nicht so schön. Ne, das ist nicht so mein Auto. Verstehe ich, kann ich absolut verstehen. Ich habe auch kein Problem mit großen Fahrzeugen, also der Citroën CX, den ich mal hatte, der hatte auch so eine, was war der, der war knapp über 5 Meter lang, glaube ich, und damit kommst du auch klar. Ich meine, klar, natürlich in dem einen oder anderen Parkhaus ist es ein bisschen doof, mal zurücksetzen und so weiter, aber es ist kein Problem, das kriegt man hin. Was ist das der, der hinten so hochgedingst hat hier? Hat er nicht Citroën 1, was hinten das Auto hochgepumpt hat irgendwie? Was war das nochmal? Also Citroën hat grundsätzlich schon ewig, ich weiß nicht, was das erste Fahrzeug war, ein BX, ein DS oder sowas in der Richtung, hydropneumatische Federung und die pumpen, die fahren alle hoch und wenn du die ausmachst, fahren die alle runter. Ach so. Also die halten natürlich den Druck und die fahren erst langsam runter, aber da basiert die Kompetenz komplette Federung auf Hydro, also hydropneumatik. Das ist schon sehr geil, ja. Okay. Nun. Ja, aber das Auto wäre nicht so meins, nee. Okay. Den finde ich so bullig irgendwie, das mag ich an dem, aber ich sage auch ganz klar, das wäre jetzt nicht das, was ich mir nochmal so vorstelle. Ich bin letztens mal, ich glaube vor einer Woche oder zwei bin ich Golf gefahren, das war auch sehr interessant. Ich habe jetzt nicht rausgehört, ob das ein positives Interessant oder ein negatives Interessant war. I don't know. Also ich muss sagen, ich bin ja vorher, ich bin ja vorher ein sehr großes Kfz gefahren, weil das für mich vor drei Jahren noch nicht so wirklich Thematik war, Klimawandel, also ich stand schon in Startlöcher, aber war für mich nie so ein Thema, dass ich bewusst daran teilnehme und ich hatte einen großen SUV und der hat schon echt ganz schön Sprit durchgedonnert. Also wenn ich durchdonnern meine, meine ich durchdonnern. Also der hat in 260 Kilometern, 260, 300, ich weiß gar nicht, 50 Liter durchgejagt oder so. Schon ordentlich, ja. Das war schon echt saftig und das, also ganz ehrlich, das war schon ein relativ modernes Auto und ab dem Punkt, als ich das für mich realisiert habe, die letzten so Monate, war ich echt froh, dass der wegkommt. Dann habe ich in dem Golf drin gesessen und war ja begeistert, wie weit die Schüssel eigentlich kommt. Das ist ja insane. Da geht ja gar nichts an der Tanknall. Also, hä? Das war sehr, das war sehr kurios für mich und auch wieder, also ich bin davor, als ich zu meinen Großeltern gefahren bin, bin ich auch den Großen gefahren, also den Kombi, den Signia. Das war auch schon crazy, aber der Golf, der hat das nochmal getoppt, Alter. Das war echt crazy. Verstehe ich. Als wir, also wenn du einen Citroen fährst, hast du eigentlich immer einen Schrauber oder eine Stammwerkstatt, die speziell diese Karren fährt, weil da gibt es so viele Kniffe und so viele Sachen. Eine Standardwerkstatt würde dir quasi beim, wenn der Anlasser ausgewechselt werden muss oder die Lichtmaschine, die würden dir Stunden berechnen, da fliegst du von der, also, ne, weil die kommen einfach nicht in die Sachen dran. Da gibt es dann so Tricks wie, keine Ahnung, also in Anführungszeichen Tricks wie, nimmst du ein Rad ab und dann kommst du hinten an bestimmte Teile ran oder vorne so, ne. Egal. Und ich Termin gehabt für irgendeinen Scheiß, was man so hat, mit meinem Citroen CX, fahr zu dieser Werkstatt und dann steht da noch ein anderer Citroen Vogel, so ein Familienvater halt so, ne. Und er so, ja, ich bin heute schon über die Autobahn gefahren, ich bin ganz stolz, ich bin unter sieben Liter gewesen. Ein stolz geschwellter Brust, ne. Und ich so, ich bin heute auch schon Autobahn gefahren, ich bin auch sehr stolz, ne. Der Computer hat mir angezeigt, weil die hatten früher schon so einen Boardcomputer, Computer hat mir angezeigt, ich habe 27,5 Liter auf 100 geschafft. Und der, da merkst du, mir fällt alles aus dem Gesicht und denkst, boah, mit dem Wichser willst du nichts zu tun haben und geh ab und denk erst mal weg, ne. 27 Liter. Ja, das ist, wenn du, der hatte eine 3-Liter-Maschine und wenn du den, also Hubraum, und wenn du den halt getreten hast, dann hat der auch geschluckt und dann, ne, da kommst du aus dem Sauerland, ein bisschen Bergtalfahrt, dann hat der sich das gegeben. Natürlich war das nur das Maximal-Ding, ne, also nicht dauerhaft, aber das war schon, aber das war das Auto, das mich auch am meisten Geld gekostet hat rundum, ne, mit allem, egal was. Wenn irgendwas kaputt war, Geld. Ne, du musst tanken, Geld. So halt. Ja, meins war auch sehr teuer die letzten Monate. Ich bereue es ein bisschen. Mhm. Sehr viel Geld gekostet. Aber bei mir war, also bei mir im Boardcomputer hat es bei 20 Liter aufgehört, aber er hat 100% nicht mehr als 20 Liter genommen. Wenn man mal, ja, also ich muss ja ganz ehrlich, SUVs sind ja ganz schön, ne, also es sind ja wirklich vom, es ist ja der, der Komfort da drin zu sitzen bis ein bisschen höher und es ist mehr so gemütliches Fahren, nenne ich es jetzt mal. Und der Raum da drin ist ja auch schön, also es ist ja ungefähr der Platz, den du auch in einem Kombi hast, so mehr oder weniger mit einem schönen großen Kofferraum. Aber das ist halt aerodynamisch, ja, absolute Katastrophe. Ja. Da ist, äh, hm, das ist aerodynamisch wirklich eine absolute Katastrophe. Und da merkst du halt einfach mal, also ich hab ja, das hat mein Chat mir ja schon vorher versucht zu sagen, aber ich möchte ja immer meine eigene Erfahrung sammeln. Jetzt bin ich auch der Meinung, fuck my life, wer SUVs fährt, ist aber, weiß ich nicht. Das ist aber ganz große Problematik. Also wenn du die Dinger Sprit sparen, fahren möchtest, dann kannst du auch ehrlich gesagt, äh, Mhm. Hängst du dich mit dem Enterhaken an einen LKW, dann fährst du die Dinger Sprit sparen. Da kannst du Sprit sparen fahren, ja. Aber Aerodynamik, das kannst du komplett vergessen. Mhm. Also ich sag mal so, wenn, wenn jetzt so, wenn diese Thematik, wenn wir mal so 10, 15 Jahre zurückdenken und diese Thematik noch nicht so präsent wäre, dass man, äh, dass man selber, äh, auch daran mitwirken möchte, ich glaub, dann würd ich mir einen dicken Ami importieren. Dann hätt ich mir auf jeden Fall einen dicken Ami importieren. Einen richtig schönen Cadillac. Ja. Ist immer noch absoluter Traum, dieses Fahrzeug. So einen richtig langen mit den Flügeln? Nee, einen Escalade. Escalade, ja. Die FBI-Schlitten. Mhm. Ja, ich weiß, was ich nur meinst. Ja. Den, also den würde ich, also ganz ehrlich, das sag ich immer wieder, es gibt so Autos, die würde ich mir einfach nur auf den Hof stellen und damit nicht fahren, einfach nur, um sie zu haben, um sie anzugucken. Und das wäre eins davon. Das würde ich mir wirklich auf den Hof stellen, weil ich, also ich krieg's nicht übers Herz, das zu fahren. Das geht nicht. Ich krieg's nicht hin. Also ich könnte mir einen kaufen und ich hab wirklich sehr lange mit mir hin und her gerungen, ob ich mir einen hole. Aber ich möchte, wenn ich Kinder in die Welt setze, möchte ich für die irgendwie zumindestens versuchen, dass ich meinen Teil dazu beitrage, dass es denen nicht so scheiß ergeht irgendwann. deswegen hab ich's nicht übers Herz gekriegt. Aber Alter, ich liebe dieses Auto. Ich bin so verliebt in dieses scheiß Auto. Ich hätte ihn so gerne in schwarz, schwarze Scheiben, dicke, dicke Rimmis drauf und dann, hm, da seh ich mich. Würde ich fühlen. Sehr. Deswegen sag ich ja, wenn ich irgendwann mal reich bin oder so und wirklich mal viel Geld verdiene als Streamer, dann stell ich mir einen in der Garage. Einfach nur, um da drin zu sitzen und dann mach ich mir, weiß nicht, vorne irgendwie, weiß der Geier irgendeine Scheiße an die Wand und guck einfach da drinnen im Fernsehen oder so eine Scheiße, aber einfach nur fürs Genießen. Ah, wie geil. Ja. Okay. Ja, mit denen, ich weiß, was du meinst, die sehen auch sehr beeindruckend aus. Das waren nicht so meine Fahrzeugklasse bisher. Also weder die Vans noch solche SUVs oder auch so diese ganzen, also solche großen und dicken Schlitten gar nicht. Das ist ein 300C, den hätte ich mir vor einiger Zeit fast mal gekauft, aber da fehlte auch einfach dann in dem Moment die Kohle dafür und auch dann, ich wusste ja, dass dann auch eine Menge Geld anfällt, um das Auto erstmal zu bewegen. Also, großer Motor, großes Volumen, großer Spritverbrauch, sag ich mal. Und wenn du schon sagst, Escalate und du importierst was, bei Import schwingt bei mir immer so im Hintergrund dieses Ding, was ich früher mit Citroen erlebt habe, so mit, wenn du einen älteren Citroen, nicht einen neueren, einen älteren Citroen, dann, wie schon gesagt, du brauchst am besten jemanden, der das so auch privat schraubt oder eine Werkstatt, die ausschließlich oder fast nur Citroen macht, die sich damit auch auskennt, dass die da Bock drauf haben und am besten noch, dass du auch die Teile selber mit ranbringen kannst, weil sonst wirst du halt echt arm. Und bei so einem, so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass Ami-Schlitten natürlich mittlerweile hier eine ganz gute Community haben und dass man dann viele Teile auch rankommt, aber dass bei anderen Teilen man vielleicht jetzt nicht so die Verfügbarkeit so hat und dass man auf viele Sachen vielleicht länger warten muss. Vielleicht ist das nicht so, I don't know, aber das Problem hatten wir damals halt auch. Da kann man sich ja dann in den Zweitwagen nehmen. Das ist zum Beispiel so ein Ding, ich habe nie verstanden, wie eine einzelne Person, also wenn du jetzt nicht in einer Familie wohnst, wo man einfach dann irgendwie, weil die Code da ist, zwei Autos fährt, aber ich habe nie verstanden, wie man irgendwie als einzelne Person zwei Autos besitzen kann. Also ja, ich verstehe das. Kann ich dir erklären? Ja. Kann ich dir erklären? Die machen nichts anderes in ihrem Leben, außer das, weil das ihr Hobby ist. Also ich kenne Menschen und das, du wirst lachen, die haben sechs Autos zugelassen. Die machen nichts anderes, also sie machen nichts anderes, weil sie genau dafür arbeiten gehen. Die haben keine Kinder, die wohnen super günstig, die hauen jetzt nicht auf die Kacke, dann sind die, dann kaufen die sich oft Schrauberautos, schrauben die dann wieder auf so, also dann kaufen die halt für anderthalb Tausend, bauen die wieder auf, dann sind die wieder frisch und dann haben die halt solche Autos. Also ich kenne locker, wenn ich jetzt so nachdenke, kenne ich bestimmt zwei Hände voll locker, die mehr als ein Auto besitzen. Okay, pass auf, das ist jetzt die Kategorie, diese Fahrzeuge sind so, dass der komplette Freizeitbeschäftigungsbedarf so in dem Dreh rum, ja, und das ist komplett, das meine ich gar nicht, aber ich verstehe nicht, wie du als, ich nenne es jetzt mal normalsterblicher mit einem normalen Job oder sowas, dir ein zweites Auto kaufen kannst. Also das funktioniert in meinem Kopf halt irgendwie nicht. Warum sollte ich mir ein zweites Auto hinkaufen? Weil ich dann sofort nachdenken müsste, ja, was mache ich denn jetzt mit dem zweiten? Ich benutze das erste Jahr schon kaum und ich arbeite von zu Hause aus. Soll ich mir noch ein zweites Auto hinstellen? Und wo stelle ich das überhaupt hin? Na, Sommer-Winter-Auto, Arbeitsauto-Privatauto. Es gibt so viele Menschen da draußen, die zwei, also mehr als ein Auto besitzen. Und das Krasse ist, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt mal Leute hast, also es fährt ja nicht jeder diese Ein-Prozent-Regel beispielsweise, dass er sein Arbeitsauto auch privat nutzt. Aber sie haben dann halt trotzdem noch ihr Privatauto auch noch dazu. Also davon, ach boah, ja, Alex, da kann ich dir so viele Leute sagen, die mehr als ein Auto besitzen. So viele Leute. Weil die meisten, guck mal, wenn du jetzt, ich weiß, wie nennt man denn die Boys, die unterwegs sind die ganze Zeit? Gymnasszene. Nee, die Pendler, Mann, hier, auswärts, Leute, Mann, ich komme nicht auf den Namen. Oder auf das Wort. Aber es gibt ja super viele Leute, die ständig für ihre Firmen. Außendienstler. Ja, Außendienstler, genau. Es gibt super viele Außendienstler, die die ganze Zeit mit denen Schüsseln unterwegs sind. Die haben ja privat auch noch eine Schüssel, weil sie die halt nicht verkaufen wollen. Wofür dann? Weil sie steht halt in der Garage, haben irgendwie ein Plätzchen dafür und steht da. Ja, ein Bekannter von mir hat einen Firmenwagen gestellt bekommen und hatte sich ein paar Jahre vorher ein TT gekauft, ein älteres Modell, auf das er mega Bock hatte und hat da auch immer ein bisschen was dran machen lassen. Selber kein Schrauber und so weiter und der hat den dann auch erstmal stillgelegt, in Anführungszeichen, abgemeldet, in der Garage bei seiner Familie irgendwie untergestellt und als der Firmenwagen wieder wegging, dann wurde das Fahrzeug reaktiviert. Kann ich nachvollziehen. Und das ist halt so sein Ding, so wie der eine stellt sich vielleicht einen Käfer hin und hat da mega Bock drauf und bei ihm war das halt ein TT, nicht die neueste Kiste und hatte auch die Kohle dafür, also gar keine Frage, aber ich käme für mich, ich formuliere das mal eben anders, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, ich formuliere das für mich mal so, ich wüsste in meiner Situation nicht, warum ich mir ein zweites Auto kaufen müsste. Das ist genauso wie, wenn ich in einem Fitnessstudio angemeldet wäre, hätte ich nicht irgendwie so dieses so, ja, da gehst du mal irgendwie hin, wenn du Bock hast, sondern ich hätte im Kopf, und das hatte ich früher auch, es kostet dich im Monat Summe X, du musst jetzt hingehen, weil ansonsten kostet dich ja sozusagen jeder Tag oder jede Woche, wo du nicht hingehst, macht das ja die anderen Tage teurer. Und du willst ja nicht für, sagen wir mal, das Studio kostet 50 Euro als Beispiel. Und du gehst zweimal hin, dann kostet dich jeder Besuch 25 Euro. Dann würdest du ja sagen, Alter, 25 Euro für einmal, für eine Stunde oder zwei ins Studio gehen, ist doch scheiße. Also gehst du fünfmal hin, also kostet dich jeder Besuch nur ein Zehner. Ah, für ein Zehner, ja. Das mache ich, ne? So, also ich bin da so ganz komisch gepolt im Kopf, was so dieses Schöne und Kaputt Rechnen angeht. Und ich könnte mir, ich könnte das mir gegenüber gar nicht rechtfertigen, ein zweites Auto hinzustellen. Und das kann ich natürlich jetzt schön verkaufen, als zu sagen, ja, also ich lebe ja so ökologisch, dass ich, also wenn ich es mir leisten könnte, würde ich mir niemals ein zweites, das mache ich natürlich auch nicht. Alex, tu mir mal einen Gefallen. Ja. Dreh dich mal kurz nach rechts. Ne, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Ja, und dann, ja, da ist der Kopf und dann guck mal da hin. Wohin? Ne, da, noch ein Stück rechts, rechts, rechts. Ja, ne, links noch ein Stück und da ist ein Bildschirm, Schreibtisch. Hm? Das ist dein zweites Auto. Das ist dein zweites Auto. Warum hast du einen zweiten Rechner? Ich schreibe das niemandem vor. Ich sage nur für mich, würde ich mir das nicht recht stellen. Du hast aber zwei Rechner da stehen. So, wenn du jetzt den Autodude fragen würdest, der zwei Autos hat, der fragt dich, ja, warum hast du zwei Rechner? Oder warum hast du generell einen Computer? Zwei Rechner, ja, ja. Ich habe zwei Rechner, das stimmt. Ja, oder drei, vier. Spielt ja jetzt keine Rolle so. Aber der wird dir diese Frage dann auch stellen. Weil, ich glaube, bei uns ist es einfach so, wir sitzen so viel in unserer eigenen Bubble rum, das, glaube ich, für uns schwierig ist, die Bedürfnisse eines orthonormalsterblichen Menschen, der nicht in unserer Bubble drin ist, nachzuvollziehen. Und es gibt halt immer noch Menschen, es gibt halt immer noch Menschen da draußen, die halt unfassbar gerne Auto fahren. Du, ich auch. Ja, ich auch. Ich fahre super gerne Auto. Ich auch. Aber für die ist das halt so ein Ding, dass sie, ich meine, warum holen sich Menschen jedes Mal, wenn ihr Vertrag verlängert wird, auf Pump ein neues Telefon. Warum? Warum? Es ist überhaupt nicht notwendig. Ist es nicht. Es ist nicht notwendig. Und ja, aber da spriet dann ja so ein bisschen so dieser Brainfuck mit da rein, dass man sich einredet, dass das so ein Statussymbol ist. Leute, die Kohle haben, die scheißen halt auf, was für ein Handy sie haben, was für ein Auto sie fahren. Das ist halt ein Auto, von A nach B zu kommen. So, ne? Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist der Autonomalverbraucher, wie wir, dann kann man sich halt schön schnell mal einreden, dass einem das neue Handy einfach so, ah, wird gesehen, dass ich das habe. Und schau mal hier, ich trage einen Bossanzug und weiß der geil was, ne? So dieses Ding. Ich habe das nicht für mich. Also ich hatte das noch nie. Als ich zur Schule gegangen bin, habe ich, ich habe Markenklamotten für mich grundsätzlich abgelehnt. Am besten nur schwarz und gib ihm. So, und dafür bin ich auch großartig ausgelacht worden und denke ich mir heute so, ja, wie cool hast du jetzt für deine scheiß Klamotten ausgegeben? Aber stylisch rumzulaufen, finde ich auch cool. Nur, ne? Das ist in meiner Bubble nicht so, das war nicht so wichtig, sagen wir es mal so. Aber daher kommt das ja. Jeder hat ja so seine Needs. Also ich muss mir auch nicht jedes Jahr ein neues Telefon holen. Also beim besten Willen nicht. Ich muss auch nicht immer die neuesten Klamotten tragen. Ich meine, okay, ich habe es leicht zu sagen. Ich habe Freunde, die Textilindustrie arbeiten und mir etwas zugesendet wird. Ich muss dir mal eben kurz zu deinem Outfit was sagen. Ich fand das vorhin sehr cool, als dein kompletter Hintergrund in ungefähr der gleichen Farbe geleuchtet hat, wie die türkise Grundfarbe deiner Klamotten. Das sah so aus wie Absicht. Ja, es ist so. Ich habe für jede Klamottenfarbe eine Szene, aber das ist Weihnachten. Deswegen habe ich es wieder ausgemacht. Obwohl, ne, jetzt habe ich sie nicht mehr. Ich habe sie gestern weggemacht, aber normalerweise hätte ich eine passende zu meiner Hauptfarbe, die ich trage. Oh mo. Ja. Ja, ich verstehe, was du sagen willst. Für den einen ist es völlig scheißegal, ob man ein bisschen Schi-Schi und Deko zu Hause stehen und die andere Person kann sich vielleicht erst dann wirklich wohlfühlen, wenn man zu Hause alles so eingerichtet hat, wie man das für richtig hält. Guck mal, also jetzt, wenn ich das mal auf mich jetzt münzen würde, ne, beispielsweise, ich nehme mal mein Büro. Also mein Büro ist immer on fucking fleek. Also das ist hier der schönste Raum in meiner Wohnung. Mhm. Es kommen Menschen hierher, wahrscheinlich geht es meinem Besuch mittlerweile ähnlich, die denken sich immer, Maga, warum wohnst du in so einer Wohnung? Also du musst dir vorstellen, in meinem Gästezimmer, äh, mein Gästezimmer ist einfach nur ein Bett. Da steht nichts drin. Es ist einfach nur ein Bett. Mehr nicht. In meinem Wohnzimmer steht auch fast überhaupt nichts drin. Da steht ein Schrank, Vitrine, ein Sofa, was pottenhässliches und ein Sessel und das war's. Also das ist... Spartanisch. Sehr spartanisch, ja. Das können alte Menschen oder, oder was heißt alte Menschen? Quatsch. Das können Leute, äh, halt auch einfach nicht nachvollziehen. So, aber so hat halt jeder sein, sein Bedürfnis, wo er halt sein Geld hin habe, erhämmert, ne? Also andere Leute holen sich alle zwei Jahre auf Pump ihr Telefon, damit sie, äh, 20 Jahre Sachen abzahlen irgendwie. Der andere fährt zwei Autos, wiederum andere haben 50 PCs, der nächste hat halt Kamera fotografieren als Hobby und ballert da unendlich Kohle rein, das ist halt, jeder hat andere Bedürfnisse. Und dann gibt's die Leute, die viel Geld haben, die haben alles. weil das für die scheißegal. So, aber der, der Orte normal, Mensch, der muss sich dafür, äh, der muss sich für eine Sache mehr oder weniger entscheiden. Und das tut er dann meistens auch. Und dann fährst du zwei Autos oder drei oder vier oder fünf oder sechs oder sieben. Weißt du, wenn du in der, äh, wenn du in der Situation bist, dass du, äh, dass du ein Bedürfnis oder einen Wunsch nach etwas hast, ist es ja scheißegal, was das dann ist. Ob du, aber das ist ja meistens ein haben wollen und nicht brauchen. Wenn, wenn du, wenn du, wenn du am Arsch der Welt wohnst, es fahren keine Busse, es gibt keine Bahn und du wohnst, keine Ahnung, 50 Kilometer von deiner Arbeit entfernt, also wirklich im Nirgendwo, dann kann man davon sprechen, dass du ein Auto brauchst, um zur Arbeit zu kommen. Aber wenn, wenn du, wenn du, äh, keine Ahnung, zehn Minuten von deiner Arbeitsstelle zu Fuß entfernt wohnst, dann könnte man auch sagen, du brauchst kein Auto zum Arbeiten, aber zum Einkaufen wäre es halt sinnvoll. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, ne? Beim Handy ist es genau das Gleiche. Als ich an meinem Auto noch keinen, ähm, Monitor, also kein Display vorne drin hatte, habe ich mir jetzt so, boah, das willst du unbedingt haben, das ist total wichtig für dich und, also nicht wichtig für, du brauchst es, du kannst nicht ohne Leben, aber das hätte ich gerne gehabt, ne? Das war so ein ganz klarer, so ein Wunsch, so ein Traum, weil die Autos die ich da vor hatte, die hatten, keine Ahnung, der letzte Ford hatte halt so ein 5 Zoll Display in der Armatur drin, das war einfach nur klein und hässlich, so, ne? Hat keinen wirklichen Zweck, Zweck erfüllt. Jetzt habe ich dieses blöde Display, ich glaube, es ist ein 8 Zoll Display oder sowas vorne drauf und jetzt, also ich brauche es nicht, also jetzt stört es mich eher, weil wenn ich mal was Langes einlade in dieses kleine Auto, dann, dann ist es im Weg, dieses blöde Display und bei dem Fahrzeug kann man es nicht einklappen, nicht runterfahren, nicht wegmachen, so, nicht abnehmen, ne? Und, also mein nächstes Auto braucht es nicht mehr, ich komme mit dem Handy dann halt auch wieder klar und das habe ich schon häufiger gehabt, dass ich mir, dass ich in der Situation, wenn ich quasi einen kleineren PC habe, mir denke, ey, ich will mehr Power haben und ja, das ist geil, keine Frage und ich will eine größere Grafikkarte haben, ich will auf 1440p, 4K, was auch immer irgendwie spielen wollen, aber wenn du einmal dieses ganze Ding hast und es ist geil, da müssen wir nicht drüber reden, bemerke ich bei mir, dass ich trotzdem fast nur, also ich könnte auch nur auf 1080p spielen, ne? Klar ist das geiler, 1440p zu spielen und Effekte voll aufzudrehen, aber bei Shootern machst du es nicht. Du machst es halt nicht. Fertig. Naja. Ist ein doofes Beispiel, sorry. Ist eigentlich ganz okay. Kann man machen. Ja, ich könnte auch, also ich schleppe eigentlich viel, trotz der Sponsorings und allem drum und dran, ich schleppe trotzdem noch recht viel Geld immer noch regelmäßig in Hardware und das ist meine Guilty Pleasure und da weiß ich auch, dass ich viel Geld unnötig ausgebe und das nicht brauche und ich will jetzt auch gar nicht in irgendeine Richtung schielen von Kollegen in dem Streaming Business, die quasi gar kein Geld in ihre Hardware stecken und wenn was kaputt geht und nicht mal ein Ersatzkabel haben, kein Shaming in irgendeiner Art und Weise. Oh doch. Die erfolgreichsten Leute, die ich so kenne in verschiedenen Bereichen, die machen etwas und haben im Prinzip von der Technik null Ahnung, weil sie es nicht müssen. Man schaut denen nicht zu, weil die technisch versiert sind, sondern weil die fucking entertainment sind. und so, ja. Ja, ich war letzte Woche, letzte Woche war ich da, ja. In so einem Haus. War gut. Es gab nicht mal eine USB-Verlängerung. Fand ich schon ein bisschen weird, aber ey, ist okay. Kann ich mitleben. Kann ich sehr gut mitleben. Ich hab mir mein Guilty Pleasure abgelegt. Was war das? Hardware kaufen. Ich hab den abgelegt, den Guilty Pleasure. Mithilfe eines therapeutischen Podcasts? Ja. Naja, was heißt, ja, mithilfe eines Podcasts, naja. Ich möchte irgendwann mal alt werden, weißt du? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ob dich irgendwie beim Scheißen irgendwann mal der Blitz getroffen hat, dass du dir so überlegt hast, man hätte ja schon ein paar andere Sachen machen können und sinnvollere Sachen mit seinem Geld und naja, dass man alles hat erfüllt. Also, ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich irgendwann mal an den Punkt komme, wo ich sage, ich hab alles, was ich brauche. Ich hätte wirklich, ich hätte, ich hätte wirklich nie gedacht, Alex, dass ich an diesen Punkt mal komme. Ich sag mal so, es kommt immer wieder was Neues, Schnelleres, Lustigeres, Bunteres, Tolleres Lenkrad, was auch immer, bei dem man dieses Need wieder fühlt, ja, wo du Bock drauf hast, aber so dieses, so dieses, dieses Gefühl zu haben, das hatte ich früher ganz krass, so von wegen, ich kann erst richtig weitermachen, wenn ich das habe. Ich hatte zwei Monitore und dachte so, boah, so richtig arbeiten kannst du, erst wenn du drei Monitore hast, du hattest drei Monitore, boah, so richtig arbeiten kannst du eigentlich, erst wenn du vier Monitore hast, dann brauchst du eine andere Grafikkarte, dann brauchst du dies, dann brauchst du das, so ne, und du machst, und ich hab's mir früher so unfassbar kompliziert gemacht, das kannst du dir nicht vorstellen, und dann hattest du das und das war, das Gegenteil wurde erreicht, ne, also, es hat mich nicht weitergebracht, Also, ja, Entschuldigung. Diese Übersicht zu haben, dass, dass es, dass auch mit einfachen Mitteln man super effizient arbeiten kann und super effektiv arbeiten kann, vor allen Dingen, jetzt wenn es um den Fall geht, das, das habe ich schon ein paar Jahre, ja, aber trotzdem kaufe ich mir teure Grafikkarten, also, das ist auch nicht schlau, weiß ich auch. Ich hab das, wenn ich hier so, wenn ich hier so reingucke und es kommen Leute, also, es gibt ja viele, es gibt Menschen da draußen, die setzen sich damit ja auch auseinander, also, mit dem, was wir tun. Und dann gibt's ja auch, so Streamer-Kollegen, die noch auf dem Schuhkarton in dem Bildschirm zu stehen haben, weil der 22,5 Zoll ist und der andere 24, ne, und dann wegen Versetzheit und so. Und ich hab auch, äh, Freunde, die zu Besuch kommen und die jedes Mal sagen, Maga, warum brauchst du diesen ganzen Scheiß? Und da bin ich so wie du und dann setz ich mich, ich setz mich jetzt in meinen Rig rein und habe alles da, alles. Es ist alles da, auf einen Blick. Ich muss nicht tappen, ich muss nirgendwo hin, ich muss nichts machen, ich hab alles da. Und dann setzt du dich da rein und dann sagst du dir so, mhm, ja, das hätte man auch mit, mit zwei Bildschirm machen können, aber sechs sind halt ein bisschen geiler, so. Ist halt angenehmer. Ich weiß nicht, wie es, äh, ich weiß nicht, wie es dir da so geht mittlerweile, aber für mich ist das, äh, für mich ist das nicht so neat, sondern für mich ist das absolut die höchste Klasse von Komfort. Ja, das hattest du ihm schon mal erzählt, aber da hätte ich direkt eine Frage, ich hab nämlich immer noch dein, äh, Bild hier auf meinem Monitor von deinem Rig von oben. Ja. Die drei Monitore unten sind mir klar, was die machen. Die zeigen dir das Game. Genau. Der Monitor oben zeigt mir den Chat wahrscheinlich an. Der, oben drüber ist, äh, Chat und OBS, ja. Mhm. Äh, links sehe ich, denke ich mal, Spotty, nee, links, der, der Monitor links oben zeigt die Strecke und die Positionen der anderen Fahrer. Ja, und wie schnell die fahren und, äh, äh, wie schnell die fahren, äh, wann die tanken müssen und wie weit ich von beobachteten Autos weg bin. Mhm. Ja. Und der, der, das kleine Display unter dem linken Monitor, äh, ist klar, ist deine, äh, deine Audio-Steuerung, dein Mischpult. Ja. Und der Monitor ganz links von dir? Da ist Discord, TeamSpeak und OBS auf. Okay. Cool. Ja. Weil TeamSpeak und OBS ist halt, brauchst du fürs Fahren, damit du das halt nicht immer tappen musst. Ich hasse tappen. Ich hasse, das Problem ist ja, die Grafikkarte macht es mir nicht einfacher, weil jedes Mal, wenn ich raus tappe, äh, jedes Mal, wenn ich raus tappe, äh, kriege ich eine Verzögerung in NDI. Deswegen muss ich um das, ich muss ja um die Probleme drumherum bauen, quasi. Mhm. Und deswegen baue ich so. Also Leute denken halt wirklich immer, grundsätzlich, man ist bescheuert. Aber ich sag dir eins, wenn dir dein Chat fünfmal im Stream von zwölf Stunden rennt, sagt, dass deine, dass deine Source leckt und du musst aufstehen, um das zu refreshen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, das remote zu machen, musst du halt um das Problem rumbauen, damit du entspannt deinen Scheiß machen kannst, damit du damit wieder dein Geld verdienst. Und es gibt wirklich nichts Besseres als fucking Comfort. Und ich kenne keinen einzigen Streamer, bei dem ich war und bei dem ich das verbaut habe, bei dem ich das aufgestellt habe, der zu 100% auf meinen Rat gehört hat, der das nicht feiert. Es kostet viel Geld, also davon mal abgesehen. Also das hier, dieses Büro sind meine zwei Autos. Ich habe mein erstes Auto und ich habe mein zweites Auto. Das ist für mich super elementar. Und jedes Mal, wenn ich da rüber gucke und das feststelle, dass ich mir da irrerweise noch einen Hochkantbildschirm rangebaut habe, denke ich mir immer so, du bist eigentlich total bescheuert. Aber dann sitzt du da drin und denkst dir so, nee, bist du nicht. Du liebst einfach Comfort. Du liebst einfach Comfort. Ach, schön. Und so ist das für alle anderen. Entschuldigung, mehr machst du? Ich wollte nur sagen, ich finde es schön, mit einem anderen Bekloppten über das Ganze zu reden. Das Ding ist halt, Alex, das ist nicht bekloppt so. Es ist einfach nicht bekloppt, weil wenn du dir das so durch den Kopf gehen lässt, wirst du halt einfach feststellen, dass das für dich, dass der Need halt da ist. So, deine Testbench zum Beispiel, deine Testbench für dich, da hinten, ist auch eine Need, weil du fummelst so viel rum. Jetzt mal drauf geschissen, dass da eine 3080T drin ist. Die hast du halt günstig geschossen so und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, in 1500 Euro ist halt ich glaube fast Listenpreis so und dann ist das auch in Ordnung. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm so. Ich meine, ganz ehrlich, jeder Mensch da draußen, der nicht unbedingt am Existenzminimum unterwegs ist, der hat diese Sachen. Jeder kauft sich alle zwei Jahre ein neues Handy, sie haben 80.000 Zoll Fernseher zu Hause, eine fette Couch, eine dicke Küche oder sonst irgendwelche Sachen. Das wirst du in deinem Lebensbereich garantiert, bin ich mir ziemlich sicher, sehr eingeschränkt haben und alles, was du eigentlich besitzt und was für dich viel wert ist, ist in diesem Raum. Und das darfst du immer nicht vergessen, Alex, du verzichtest in so viel Lebenslagen, an anderen Stellen kattest du dein Budget weg für dich, damit du das machen kannst. Und das ist nicht bekloppt, das ist einfach nur clever. Also ich meine, du wirst wahrscheinlich auch ein fetteres Auto fahren, als das, was du jetzt schon hast. Oder du würdest wahrscheinlich noch eine andere dicke Küche haben oder weiß der Geier, ich kenne dein Haus und deine Wohnung nicht, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie so eingerichtet ist, wie bei einem, in Anführungsstrichen, orthonormalen Mensch. In der Fülle. Eine so, das andere so, ohne das jetzt zu dekonstruieren. Für den einen ist der Ford Fiesta, den ich fahre, Overkill, weil er 200 PS hat. Für den anderen ist das halt so eine kleine Karre, warum fährst du nicht was Dickeres so? Also es ist halt auch perspektivisch bezogen. Für den einen ist das so, für den anderen ist das so. Ich bin da langsam reingewachsen. Ich habe jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt nicht irgendwie nach einem Monat, nach einem Jahr Arbeiten im Streaming, im Gaming-Bereich irgendwie einen Sack Geld gefunden und habe mir gedacht, gib es mal alles aus, das Finanzamt will schon nichts haben. Sondern man ist da halt so langsam reingewachsen und hat halt dann gemerkt und hat mit dem Steuerberater gesprochen und dann kam die Info, naja, du kannst ja auch ein Auto leasen, ist für dich in deiner Situation vielleicht sinnvoller. Und wenn wir über das Thema Autos vorhin ja schon gesprochen haben, Thema Leasing ist halt, als Privat würde ich das wahrscheinlich niemals machen, aber als gewerblich und mit regelmäßigem Einkommen macht es halt schon Sinn. Abschreibung, wie ist das, wenn du es kaufen würdest oder halt eben die, es ist egal, lass uns da nicht drüber reden. Aber ich sage mal so, ich bin da reingewachsen. Was in meiner Küche so los ist, ich habe, als ich hier eingezogen bin, habe ich mir das erste Mal eine Küche gekauft, aber das war jetzt eine Care-Style-Küche. Ich bin damit nach wie vor sehr zufrieden. Das sieht man ab und zu in meinem Stream. Wenn ich hier nicht alleine wohnen würde, wäre die Wohnung und die Küche sicherlich noch anders eingerichtet mit mehr Deko und mehr Feinschliff. Aber ich bin nicht unzufrieden. Ich müsste mich einfach nur mal hinsetzen. Und ganz ehrlich, erste Januar-Woche wird es Zeit für eine Papierkram-Hardcore-Session beziehungsweise Steuern und so weiter einmal durchballern, auch mit dem Steuerbüro. Das muss ich noch absprechen, ob das alles so klappt. Aber da werde ich mich mal rausziehen. Irgendwie. Also ich werde wahrscheinlich den 1. und 2. Januar wahrscheinlich noch live sein. Aber dann muss ich mich einfach mal für ein paar Tage rausziehen. Also nicht, weil ich Urlaub machen will, sondern weil solche Sachen einfach Ewigkeiten bei mir liegen geblieben sind. Das ist eher so meine Achillesferse. Und es darf nicht liegen bleiben. Das ist ja das Ding. Aber ich weiß ja, dass es nicht liegen bleiben bleibt. Es muss halt gemacht werden. Ja, ja. Du, du, du. Jeden Monat einmal ist das fertig bei mir. Jeden Monat. Immer am Ersten. Am Ersten sind alle Rechnungen geschrieben. Also selten, dass es mal nicht so ist. Und alles wird einsortiert. Alles. Gewöhn dir das an. Leben ist einfacher. Glaub mir. Digga, also das Rechnungen und Bisschriften und so weiter, dass das alles im grünen Bereich ist, das mache ich schon seit vielen Jahren so. Das ist kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, ich habe jetzt keine Probleme oder ich habe jetzt keinen, ich werde jetzt nicht irgendwie abgeschaltet oder habe eine Steuerprüfung oder sowas. Ja, ja. Das habe ich, ne? So, aber, aber ich werde auch mal unter anderem, weil wir uns und auch ich habe mich mit einem guten Freund von mir unterhalten, ich werde meine, nennen wir es mal, Buchhaltung nochmal komplett umstellen auf eine für mich neue Sache. Ich habe das bisher immer noch so gemacht, wie zu der Zeit, als ich noch im Affiliate-Marketing und im Shop, also im E-Commerce unterwegs war. Und da wird es einfach Zeit auf, was für mich zeitgemäßeres zu upgraden, damit man halt weniger, nennen wir es mal, Konvertierungsarbeit hat. Also das, was ich mache und vorbereite, ist quasi die Vorarbeit für das Steuerbüro, so, aber ich kann es auch gleichzeitig, ich könnte es auch gleich in der gleichen Software machen. So, das habe ich nie gemacht. So, und da will ich jetzt hin. Das ist im Prinzip, das wird ein paar Tage dauern, mich da reinzufuchsen und vielleicht die eine oder andere Stunde da nochmal mit dem Steuerbüro zu verbringen und solche Sachen. Das ist jetzt kein, kein großes Geheimnis in dem Sinne. So, und solche Sachen müssen halt gemacht werden. Und ganz ehrlich, wenn ich hier so in dem Bereich bin, ich neige immer dazu, für mich, mich dann so in diesen Tunnelblick zu bekommen und dann zu denken so, ja, morgen gehst du um 9 Uhr online, ja, alles klar, machst du bis 18, 19 Uhr maximal, ja, und dann bin ich 18, 19 Uhr auch ein bisschen platt. Dann bleiben ein paar Sachen liegen, dann nimmst du dir auch mal ein, zwei Stunden für dich oder machst noch was, keine Ahnung, und dann komme ich da nicht so raus. Also da bin ich nicht so gut drin, aber einen Termin erhalten kein Problem. Um 20 Uhr habe ich gleich wieder einen Termin. Kam gerade noch heute zwischendurch rein. Das ist überhaupt kein Thema. Also da bin ich nicht irgendwie nachlässig oder sowas, das kannst du auch gar nicht sein, das kannst du dir nicht erlauben. Da ist das, also wirklich, wenn sowas ist, dann fällt auch der Stream aus bei mir. Muss es dann auch, ja. Also Papierkram ist für mich, wenn das nicht erledigt ist, dann ist es nicht schön. Ja. Das muss immer, immer, immer fertig. Ich benutze übrigens immer noch meine, meine Good Old, ich suche alles raus, packe das in Ordnung, es ist alles beschriftet und fertig ist. Ich bin nicht umgestiegen auf was anderes. Also ich mache das, ich mache das nur digital, also ich mache das jetzt rein digital, aber ich bereite auch quasi den Ordner komplett vor. Es gibt immer noch eine Papierform, die ist immer noch dann, in Anführungszeichen, auf dem Dachboden, auch diverse Jahre, über zehn Jahre. Ich habe noch meine Sachen, keine Scheiß, ich habe noch meine Sachen von vor, keine Ahnung, 2008 oder 2007 oder so. Ich auch. Ich schmeiße da gar nichts weg. Das ist mir völlig egal. Wahrscheinlich mache ich mit meiner Family nochmal einen Deal, also mit meinem Elternhaus, in Anführungszeichen. Die haben so viel Platz, ich werde denen irgendwie, keine Ahnung, einen dicken Geschenkekorb mit vorbeibringen, so als Dankeschön, dann schweiße ich den ganzen Scheiß halt luftdicht ein und dann schiebe ich das einfach auf den Dachboden. Da ist kein Ungeziefer, da sind keine Ratten und nichts. Das ist trocken, also wenn da ein Meteor einschlägt und die Sachen sind weg, ja dann habe ich halt wirklich Pech gehabt. Und es gibt ja noch alle Sachen, noch mindestens zwei bis dreimal digital plus im Steuerbüro. Also, dass alles weg ist, gibt es halt nicht. Darf ich dir eine witzige Anekdote dazu erzählen? Ja, bitte. Also ich habe Papierkram, hasse ich wie die Pest, okay? Also jegliche Form von Papier ist für mich wasted. Bei mir ist es immer so, es kommt irgendwas, es ist wichtig, Scanner, digital, NAS, zwei Sicherheitskopien, tschüss. Ich habe letztens, kennst du diese alten Tower noch, wo man so Papier reinpacken und dann kann man so jeweils die Fächer rausziehen? Ja. Kennst du? Ja. Und so einen hatte ich mal gekauft und oben habe ich mir, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht hatte, ich dachte mir so geil, sortierst du mal ein bisschen ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen fortschrittlich so. Ja, habe ich oben drauf, habe ich Briefe gepackt, also hier mit, also Briefe, Briefe, falls man mal was wegschicken muss, also Umschläge und die unteren drei, da habe ich einfach immer alles reingemacht, was so anfiel. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass man so ungefähr 20 Tankzettel so komprimieren kann, dass das fast ein A4-Platt ist. Und dann habe ich drei Fächer, die wirklich so hoch sind, habe ich voll gestopft mit allen möglichen Papieren, die ich hatte. Und jetzt habe ich letztes Mal festgestellt, scheiße, ich kriege da nichts mehr rein und es ging mir so auf den Sack, dass ich das nicht mehr zumachen konnte, dass ich das genommen habe, die erste aufgemacht habe, mir ein, also ich habe so ein Kallax, so ein Kallax-Regal und mit so einer Tür, wo diese Box drin ist, habe ich die Box leer geräumt, habe die aufgemacht und habe da einfach alles reingeschmissen. So, und wenn die jetzt bis oben hin voll ist, dann weiß ich, dann kann ich das wegschmeißen. Ich hasse analogen Zick-Scheiß, wirklich, ich hasse es. Ich habe wirklich, ich habe, alle Rechnungen sind beschriftet, datiert, also ich könnte, ich könnte dir den allerletzten USB-Hub finden in Sekunden, aber Papierform, I hailed. Ich hasse das wie die Pest. Ey, jede Bude, die dir fucking Papier schickt, Junge, nee. Einfach nein. I know what you mean. I know what you mean. Ja. Herr Nils, wir müssen zum Ende kommen. Machen wir sehr gerne, damit du pünktlich zu deinem Termin kommst. Ich muss, ich habe auch noch einen Termin. Mit dem Sofa. Ich bin ja, ich bin ja heute nur für einen Hardcast online gekommen. Wir hätten das verschieben oder absagen können. Nee, nein, nee, Alex, es gibt so gewisse Dinge, die sind für mich sehr, sehr wichtig. Und der Hardcast ist mir sehr wichtig, weil es eine, eine therapeutische Stunde ist für dich und mich und das kann man nicht einfach ausfallen lassen. Außerdem ist zwei Tage vor dem 24. vor dem sogenannten Weihnachten, eigentlich ist es ja nur der heilige Abend, und haben wir, ja, quasi Last Call, ne? Ja, wollte ich doch sagen, dieses Jahr sehen wir uns doch gar nicht mehr dann. Stimmt, dieses Jahr sehen wir uns gar nicht mehr. Nächstes Jahr, wie wir abgesprochen haben, alle zwei Wochen. Ja. Sprechen wir uns dann einfach ab, wann wir das genau machen, weil wie gesagt, wenn ich die erste Januarwoche nicht live bin, dann wäre es schon sinnvoller, wenn wir in der zweiten Januarwoche vielleicht erst anfangen. Du bist ja richtig wild drauf. Ja. Ey, du bist ja, du bist ja richtig, also, also Alex, du, das finde ich krass. Das finde ich richtig krass, dass du jetzt einfach, die erste Woche im Januar, das ist die wichtigste Woche. Also, ich kann es ja verstehen, wenn man zwischen, Januar, Februar, April, Mai, Juni, zwischen Mai und August freimacht, okay? Aber in der ersten Woche? Da es einfach gemacht werden muss, Nils. Es muss einfach gemacht werden. Das finde ich gut. Es ist gut, es ist wichtig, weil danach kannst du auch viel befreiter streamen und arbeiten. Genau das. Ich bin auch so ein, ich blockiere mich damit dann auch immer selber, ne? Und das zieht mich dann auch runter und dann hast du, geht einfach um den Sack. Meine Damen und Herren, vielen Dank, das war die letzte Folge vor Weihnachten, ähm, Ich versuche nächstes Jahr, mir eine Sache abzugewöhnen, die mich selber stört und auf die ich andauern angesprochen werde. Dieses verdammte, äh, andauern, äh, äh, ne? Das habe ich mir über Jahre angewöhnt und ich will das loswerden. Ähm, da war es schon wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm, der Herr Nils wird wahrscheinlich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir auf ganz vielen Empfangsstationen, sowohl im Podcast, online, offline, YouTube, etc. empfangsbereit sind. Bitte freut euch schon mal aufs nächstes Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Dankeschön. Und jetzt du. Tschüss. Alex, es war sehr schön mit dir heute. Ich, äh, bin sehr froh, dass ich mich von der Couch erhoben habe, extra für dich geduscht habe und mir die Zähne geputzt habe. Nur für dich heute. Es war toll. Äh, an den Empfangsgeräten da draußen Dankeschön für, äh, ein wirklich sehr schönes Jahr, auch wenn der, äh, ja, auch wenn das nicht so ein allgemeingültiges Thema ist mit dieser Hardware und wir wirklich auch mittlerweile sehr ausschwenken und heute mal über Autos gesprochen haben, was ich auch sehr schön fand. Nur natürlich ein bisschen oberflächlich, äh, ein bisschen dran gekritzelt. Ich denke, wir, wir wissen da beide nicht sehr so viel, glaube ich, über Fahrzeuge, außer die Basic-Shit, wie man das anmacht und damit fährt und so, das Trara dazu. Aber es war schön. Äh, ich hoffe an allen Empfangsgeräten da draußen auf jeglichen Podcast-Formen, auf denen, äh, Plattformen, auf denen ihr das hört oder auf meinem YouTube-Kanal in 2022 wahrscheinlich auch auf seinem YouTube-Kanal. Äh, könnt ihr das, äh, genießen. Dankeschön an Refunex, der das mal wieder aufgenommen hat und das möglich gemacht hat übrigens mit den ganzen Podcasts. Und, äh, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen sehr, sehr guten Rutsch, bleibt gesund, äh, fress wie die Tafelritter, haut euch die Mägen voll, geht kacken, liegt auf der Couch, fress noch mehr, dasselbe wiederholen und feuerfrei, Marianne. Also, äh, tschüss. Ciao. Ciao.